Ja, Minecraft-Hitler habe ich da nicht schon einen? Ja, haben. Achso, vom Young-Logo kommt das Rottlicht in mein Zimmer. Habe ich schon alles nicht gewundert, warum es hier mit dem Cameräus sieht. So, einmal den Titel hier. Hm, was soll ich mir Thumbnail nennen? Ich glaube, Microsoft-Thumbnail, oder? Ich bin nicht einfach so leise. So, Beschreibung und natürlich Ali seinen Kanal dazu. Hier ist Brian in Minecraft gefunden. Was hast du gefunden? Du hast mir gerade eingefallen, wie mein Skin aussieht. Der sieht aus wie Herobrine. Kennst du den? Ja, Herobrine kenne ich. Genau. Du kannst jetzt einen Titel schreiben, dann sneak ich dich irgendwie von hinten an und dann kannst du so voll erschrocken Sounds machen. Achso? Oh. Oh. Du sagst es mir, oh mein Gott. Oh mein Gott. Perfekt. Ich bin doch überleben, oder? Äh. Ne, weißt du, ich bin kreativ. Team mit Gummy. Wo ist das auch geil? Gummy. Ich glaub, ich hab mich auf der Mojang-Seite falsch angemeldet. Weißt du was? So. Schwierig kann es ganz einfach. Bonus holen. Nein, wir sind noch keine Penner. 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 Nein, nein, nein. Ja, ja, nein. Ähm. Nein. Hä? Ich hab keinen Skin? Ich spür mich wahr. Ich muss den Skin erstellen! Ja. Musst du nicht. Kannst du aber. Ja. Für mich sind das halt blaue Emeralds. Ah, blaue Emeralds. Okay, find ich gut. Du kennst dich aus dem Minecraft hoffentlich, sonst wird das peinlich. Minecraft ist doch das Game mit diesem Kamehameha, oder? Ja, ja, genau das. So. Mehr oder weniger. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Solange du kein Dirt-House brauchst, ist ja alles gut. Ja, aber ich bin Minecraft untereinander gespielt. So. Als. Wo sind wir denn gespawnt? Oh Gott. Ich bewege mich nicht, ich warte erst bis du da bist. Ich schaue mich, also ich schaue mich schon mal um, aber ich darf mich noch nicht bewegen. Soll ich das Spiel neu starten? Wegen was? Server sind nicht mehr ver... Kraftattacke. Kannst du dich mal einladen, oder? Bin mir unsicher. Egal. Bin mir unsicher, ob meine PS4 Minecraft verträgt. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas mit dem Spiel mache, passiert Schlimmes. Beim Installieren klingt die immer wieder so, als würde die gleich explodieren. Und versucht die CD immer wieder austrotzen. Okay, ich sehe noch Ausbilderbein. Ich habe das draus, in dem ich mal gearbeitet habe. Und zwar vielleicht auch... Der Stark Slayer. Okay. Ich kann meine Freunde nicht sehen. Ich darf nicht, aber... Aber ich würde mich nicht so verbrochen. Ich habe nicht viel Peinensee in die Eure, die Forderung von Sachen, der waslaus, oder das ist fein, dass... Das ist ganz ruhig. Und ich habe kein Problem. Und ich habe nicht vergesch commentiert, dass wir unsere Forderungen von Sachen, sagen wir uns zu welchen kleinen Windrück. Bist du noch nicht in Minecraft, oder? Doch. Doch? Nein. Heißt du, dass du auf der Stelle gestellt bist? Das kann gut sein, oder? Ja. Und jetzt auch? Keine Ahnung. Zula spielt Minecraft, du... Ich kann nicht einladen, wenn du willst. Warte, ich lade dich ein. Oder hast du es gefunden? Äh, ich hab's gefunden. Ich hoffe, ich kann join. Hallo, Luna. Was machst du denn da, schöne? Ja, hallo, mein Babylein. Hallo, mein Babylein. No. Ich hab ihn noch nicht bewegt und noch nichts abgebaut. Ich hab mich nur umgedreht und so schon mal diese... Sachen anschauen. Ah, das machst du auf der Fresse. Perfekt. Bitte, 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 Minecraft. Ja! Ich kann wieder Minecraft spielen. So, also, wir starten nochmal. Fangen erst mal am Baum ab. Du hast den Stream schon gestartet, oder? Naja, klar. Da läuft schon länger, seitdem du in Minecraft drin bist. Ah, okay. Super, dann sieht jeder, wie lustig war. Jeder, warum hast du lustig war, die keine Sorge. So, Schritt 1, Satz über seinen Hals, klaren. Schritt 3. So. Weiß ich nicht. Schritt 3, erst meine Crafting-Bange machen. Sollen wir die beide kraften, oder? Du kannst aber zu mir kommen, ich hab's fahren, ne? Ich hab drei, immer genau drei Stück für eins. Eins, zwei, drei. Axt machen und schon mal losfahren. Nein, ekelhaft. Ich will Eis-Out-Equipment haben. Ich bin... Das ist ekelhaft, der mit Holz rumlauft. Dann beende ich die Freundschaft. Naja, dann kannst du mir gerne Steine fahren, man. Ja. Apropos Eis-Out und ekelhaft, ähm, Holz-Equipment. Ich lauf am Ende eh nur mit Stein rum und bin dann der einzige Safe, äh, der nie DIA-Equipment hat. Aber egal. Alles klar. Hättest du Lust, auf das Minecraft zu spielen, dann würde ich das Minecraft-Letsplanen. Hättest du Lust, aufgehört, Minecraft zu spielen, weil, ähm... Dann müssen wir auch so machen, wir spielen nicht in dieser Map weiter, wenn wir nichts mehr machen. Let's play eins. So. Ich hab jetzt ein halbes Stack gefarmt. Halbes Stack gefarmt sich gut an. Was? Halbes Stack, okay. Kann sonst auch ein Stack mitnehmen. Aber du machst so lange, bis dein Stein, äh, deine Holz-Dings kaputt ist, weil dann rentiert es wenigstens. Musst du ja nicht wegschmeißen. Oder benutzt du sie dann als Dings? Ähm, die erste Kaffee nochmal als... Äh, Feuermolz, Brennholz, Brennholz, Brennholz. Brennholz, 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 Brennholz. Zum Verbrennen von Koh, äh, was für, ja genau, Kohle verbrennt er, erkennt es nicht. Äh, für Eis und so. Oder ich schweiß sie einfach in den Ozean. Könntest du auch machen, ja. Aber wenn wir dann, nee, Eis oder so haben, dann kann man es auch gleich als Brennholz und so. Übrigens, können wir darüber reden, was für ein, äh, schlimmes Spiel Minecraft ist? Schönes Spiel oder schlimmes? Nein, schlimm. Warum? Erstens, es unterstützt Tierquälerei. Zweitens, es unterstützt auch, dass man seinen Müll einfach in den Ozean wirft und es hat keinerlei Folgen. Ach so. Sollen das die Kinder etwa nachmachen? Doch, es hat Folgen, wenn es da viel ist, dann leckt's. Das ist die Spot aber. Weißt du, dass realistisch ist, wenn du einen Stein in den Ozean beinbruchst und dann trotzdem hoch geht? Außerdem, finde ich, das Spiel sollte USK 18 sein, weil dann werden viele Ziele ermordet. Kannst du mir ein bisschen Holz geben? Äh, nicht Holz, Ding, Stein. Was? Ein bisschen Stein. Klar, ich geb dir 28, das ist die Hälfte. Ich hab dir auch schon mal ein Steinschwert gecraftet. Ich wollte uns für uns beide beides machen. Ich hab das schon. Ich brauch nur noch, also, ich brauch nichts mehr, hab alles. Nein. Wofür hab ich jetzt... Mann, ich hab hier ein Schwert und eine Spitze. Oh, schön. Egal, du kannst mir zwei Spitzhagen geben, weil dann fahr' mich noch mehr. Hab ich dir schon mal einen tollen Emotes gekauft, gezeigt, die ich mir mal gekauft hab? Was? Emotes? Klar, meine sind, glaub ich, weg. Guck mal hier, Dinger. Oh ja, mein... Nichts passiert. Zeig mal. Wieso ist das nicht? Du stehst einfach nur und guckst depressiv auf dem Boden. Guck mal, ich bin einfach ein Picklin. Nehme, wie heißt denn diese komische Viecher noch mal? Du bist ein Fuchs. Wir konzentrieren, der Entsatz. Wir haben einen Rund. Ich brauch ein bisschen Clay. Alles klar. Wenn wir später hier brauchen. Ich hab' schon mal ein paar Basic-Waffen mitgenommen. Ähm, Materials. Keine Ahnung. Wir machen aber nicht, dass es darum geht, einfach nur durchzuspielen, sondern dass wir einfach Spaß haben, oder? Was wir machen auch weiter, nachdem wir Endertrachen besiegt haben. Ja. Ich will auch mal so, das hinkriegen, irgendwas Krasses zu bauen. Okay, wir spielen aktuell noch mal Friedrich. Ja, das mach ich immer am Anfang, weil am Anfang ist wirklich relativ nervig. Und dann Eisenfarms und so weiter und dann schon direkt Zombies kommen. Wenn wir Friedrich ausschalten, würde ich auch eigentlich dafür sein, dass wir Inventar behalten, dann auch ausmachen. Also sollst du unser Inventar verlieren? Ja, damit es halt ohne komplette Sheets sind. Weil es ist ja Cheat, Inventar behalten und friedlich. Das heißt, wir haben keinen Hunger und auch kein Dings. Keine Gegner. Gibt's denn im Modus eigentlich Trophäen dann? Nein, leider nicht, weil wir ja Cheats aktiviert haben. Ach, schade. Egal. Weil Cheats aktivieren, also wegen friedlich und so weiter, da müssen wir keinen Cheats aktivieren. Aber wir hätten Cheats aktivieren müssen wegen Dings, ähm, Inventar behalten. Inventar. Hm. Ah, okay. Dann weiß ich schon mal wieder. Brauchst du also, ich hab 42. Holz? Also du kannst ein bisschen Holzfarm gehen, ich schau mal, ob ich irgendwo Eißen finde. Ah, mach ich schon. Apropos Holzfarm. Ah, warte, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Äh, wenn du schon grad ein bisschen guckst, ob du was findest, ähm, überleg schon mal, wo wir hin sollen, weil ich hab... Ja, mach ich auch mal, ich glaub gar nicht, wir verlieren können uns ja sowieso nicht, erstens, wir haben beide eine Karte und zweitens, wir haben Dings, Koordinaten aktiviert und das dafür brauchen wir keine Cheats. Stimmt, Koordinaten. Ich find's immer richtig nervig, wenn Leute das auslassen. Ja, wirklich, das, also Koordinaten ist wirklich das Pflicht. Also hier an dem Abfakt ist, dass nicht so ein Standardmenü gibt wie bei F5 auf Java. Dass man dann wirklich alle Infos über den Blog zum Beispiel rausfinden kann. All die, alles rundhandeln. Juni, jetzt sind einfach vier Schafe, Schafe auf einer 60. Block gewesen. Die haben sich alle reingepackt. Perfekt, hab schon mal Bett. Die Nacht wär jetzt auch nicht so oder so schlimm, weil wir haben jetzt so oder so auch Dings friedlich, aber trotzdem. Frage, ist das eine normale Welt oder ein Server? Ich hab nicht drauf geachtet. Das ist eine ganz normale Welt. Ah, okay, weil ich konnte ja nie joinen, das war auch der Grund, warum wir damals einen Server hatten. Hat der erst nicht Dings gejoint, Koordinaten? In normalen Welten? Nein, ich konnte nie in normalen Welten joinen. Und das war der Grund, warum ich aufgehört habe, Minecraft zu spielen, weil er es einfach so genervt hatte. Und weil ich immer beschuldigt wurde, dass ich das nur als Ausrede benutze. Ein Freund von mir hat das auch mal, aber das war natürlich oft mal so, dass Leute das nicht konnten. Aber man weiß bis heute noch nicht, warum. Das ist das Wichtigste. Nein! Stimmt, wir haben ja friedlich, dann brauchen wir gar nicht schlafen. Ich hab überlegt, ob ich von der Welt gehe, damit wir schlafen, ist aber aktuell noch unnötig. Ich hab schon ein Bett. Ich hab's noch nicht gekauft, ich hab's nur schon mal. Okay, ich hab bisher nur eine Wolle von einem Schaf. Und, ähm, schon eine Höhle oder irgendwas in der Richtung gefunden? Ich, weil wir ein Ozean haben, bin ich dabei, grad Schiffrechte zu looten und da kann relativ guter Loot dabei sein, so wie die Schatzkarte. Okay. Habt schon mal ein bisschen heißen. Auf der Heide. Hallo, Gamey! Oh, cool, Gamey ist in der Gamey ist im Stream und mit Game spiel ich. Game Master. Ey, das zögert mich auch schon in der Seiten, man hat das kann man nicht mehr auf Boten stehen, Alter. Voll dumm, man geht einfach unter. Achts mag mir schon. Digger, kein Mensch sagt wirklich Smaragdene. Emberwolves. Ja, Mensch sagt Emberwolves auf Englisch. Game mit, altes Haus, na, wie geht's dir so? Hm? Dann mag ich dich mal in anderen Gamey. Okay. Mach mal hoch mit dir. Das ist ein Fettsack. Ach, krass hoch. So, Schatzkarte habe ich, dann gehe ich mal auf die Untersuchung. Ah, ihr bist denn sogar schon vorbeigegangen an der Schatzkarte. Stark. 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 Da könnte auch heißen, dass sie vielleicht direkt eine Deer haben. Drück mal Alter 4 für Enderpern. Oder ich spiel auf, Blazey, was für Alter 4. Also, okay, das lernen wir nochmal. Ich habe schon so ein YouTube-Vertory gesehen. Der sagte, dass wenn man Creeper kuschelt, die ein Deers geben, muss das mal ausprobieren. Echt cool, ja, muss ich wirklich mal ausprobieren. Stimmt echt. Krass, ich wusste das gar nicht, weil ich war nie so richtig in dieser Minecraft-Materie. Okay, ich bin verwirrt, weil ich sehe keine Truhe. Eigentlich müsste ich irgendwo eine Truhe sein. So, jetzt How to finden Tore in Minecraft Bedrock. Sehr schweres Spiel. Vertraut mir, Jungs, das ist nicht spaßig, hier so eine scheiß Schatzkarte zu finden. Minecraft ist wie Dark Souls. Was? Was? So, okay. Zwei Stacks. Konnte man mit Knochenmehl diese ganzen Pflanzen eigentlich wiederkriegen? Also Blumen und so ein Zeugs? Bei großen spawnen sie direkt so ein... also fliegen sie einfach als Rob runter und bei kleineren Volumen tun die immer Dingsen. Ich hab nichts, ich versteh's nicht. Bei kleineren Blumen müssen sie sich so vermehren und bei größeren tut sie direkt Robben. Ich hab ihn jetzt verstanden. Also jetzt mal angenommen, ich will diese Maisglöckchen haben. Ist das eine kleine, also ist das eine Einblockblume oder ist das eine größere Blume? Das ist eine Einblockblume. Ja, da kannst du mit Knochenmehl drauf drücken, dann werden es mehrere. Wenn du eine größere hast, die zwei Blöcke groß ist, dann spawnen die so als Item. Weil die kann man sich nicht so vermehren. Also schon, aber es gibt halt eine aber dann direkt. Ah, ja, das ist verstanden. Also kann ich die nicht einfach so farmen? Nee. Indem ich die vermehre, okay. Dann muss ich die eben noch... Könntest du schon, aber größere kriegst du nur, wenn du eine größere hast. Deswegen nehme ich auch immer eine größere mit, weil die kann man nicht so verfahren. Weil mit einer kleinen Blume kannst du jede andere mögliche kleine Blume rausbekommen mit Knochenmehl. Ich bin so verwirrt bei dieser Schatzkarte, ne? Am Ende hat man so einen halben Ozean weggebaut und trotzdem finden wir den nicht. Und was doch an der einen Stelle noch einen Block da drunter. Ich komme halt zu dir. Nächster und außerhalb in meiner Map. Obwohl nicht. Saut die Zeit. Ich gehe mal woanders hin. Ähm, mich triggert es ja sogar stark, ne? Für diese Scheiß wohlfinden. Erfekt nochmal, wo ist denn die jetzt? Wo ist denn die jetzt? Junge. Ich verarsche mich doch, gibst du? Jetzt der Prank. Es gibt gar keine Schätze. Ich habe vorher einen Mod drauf installiert, dass du keine Schätze finden kannst. Achso, okay. dann macht's Sinn. Oh Gott, das ist keine gute Idee. Ich habe schon gleich 36 Sand gefarmt. 36 Sand? Ich baue ein ganz scheißes Wüste ab. Das habe ich mal gemacht. Aber machst du das jetzt mit Schaufeln? Oder wie? Nee, mit der Hand. Noch schlimmer. Ich habe das kompetent gemacht. Ich habe immer so eine Fackel genommen und dann, ähm, ja, nicht lang gefackelt. Haha, Wortwitz. und die, äh, unten, ganz unten dann abgebaut und dann, ja. Ich kriege gleich einen Anfall. Dann rauf damit. Den klasse ich später nicht, Schatz. Ich brauche den Tee. Kann ich jemanden hinzufügen? Wundern. Scheiße. Was? Dieser Typ. Der Ehre schon, ah, ja, ja, klar. Ich habe ihn! Nach drei Jahren! Wow, und es ist nicht mal ein Dier drin, Digga. Was eine Fotzung. Was ist denn da drin? Kettenrüstung. Mehr nicht. Und ein Eisen. Ein Eisen. Das Geleckt. Kettenrüstung und ein Eisen. Rüstung? Das war eine. Komplette Kettenrüstung. Oh mein Gott! Das ist die OG-Rüstung. Die gibt es nur ein... Das ist voll selten. Die kann man... Die ist Eisouten und man kann die nicht selbst herstellen. Ja. Aber ich habe die Brustbeirat. Warte, ich habe zwei Helme. Also einen Helm kannst du gerne haben. Jetzt kann ich mal diese drei Milliarden Sandblöcke wegschmeißen, Digga. Schmeißen, Digga. Man weiß nie, wann man wieder Sandblöcke braucht. Stimmt, man könnte es eigentlich brauchen. Lass ihn mal. Genau. 1 vs. 1 Beach. Man muss immer vorbereitet drauf sein. Und ich habe zerstörte Portale gefunden. Zerstörte Portale ist wichtig, weil da oben ist ein Goldblock drauf. Dafür brauchen wir Dings. Nein. Da ist kein Goldblock oben drauf. Dann hast du ein Scheißportal gefunden. Ja, habe ich. Die obere Hälfte gibt es nicht. Aber... Oh, perfekt. Zwei Barren Eisen, zwei Obsidian. Weck mich diese Scheiß Schatzkarte. Ich liege mir das ja in meinem ganzen Leben. Hose. Schärfe 3, Plünderung 3, Plünderung... Was? Oh, ne. Schärfe 3, Haltbarkeit 3, Plünderung 2. Perfekt. Bestes Waffen, man braucht man einen Unterschlupf, man ist schon voll. Schuss sicher. Schon wieder 3 Schafe auf 1, was das denn? So, jetzt habe ich 6 Wolle, wir könnten uns 2 Wett machen. Bild. Kann ich einfach nur ein Schlag. Nein, leider nicht. Auch wenn ich eine coole Möglichkeit habe. So, du gehst jetzt zu mojang.de und beschwerst dich, warum man nicht in einem Bett schlafen kann. Ich fühl. Würde ich fühlen. Wo ist dein Boot? Musst dich verkaufen. Och, Digger, als habe ich das da geschehen lassen. Hey, ich muss wieder zurückrennen. Amdula. Ich könnte mir ein Boot mit Ruhe machen. Das gibt's. Ja, seit neuer Nacht das. Ich mache mir jetzt eine Truhe. Dafür habe ich ja die Truhe gefunden. Das ist ein, was ich an der Schatztruhe gut fand. Also kann man ganz normale Truhen da reinpacken, oder ist das irgendwelches Special Truhen? Das ist eine ganz normale halbe Truhe. Also, wie ein Inventar halt. Ist die Blume neu? Steinspitz, das. Ach, Kornblume. Gibt's die, sind die neu? Was ist neu? Kornblume. Wie sehen die aus? Blau. Nein. Seit langem gab's eigentlich keinen neuen Blume. Doch, es gab jetzt neue, aber das ist ein neuer Baum und keine neue Blume. Ist dasselbe. Alles gut. Ah, was ist okay, oder? Ich fühle jetzt auch, wie ich von der Klippe springe und erst ein paar Sekunden später diesen Falschaden-Sound habe. Ich fühle mich stark. Oder ich laufe durch die Wüste, ich höre die Sounds auch über eine Sekunde nachdem ich laufe und fühle mich voll verfolgt. Okay. Da ist er, ja. Minecraft, 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 Minecraft. Hallo. Hallo, Minecraft, Minecraft Freund. Ist okay, wenn ich streamen werden lassen? Ja. Gut. Oh, endlich mal. Momentan mal leer, Alter. Wirklich Truhen mit, ähm, Dings. Mit Boots. So nützliche Dinger. Also einfach L2 auf dem Boot, ne? Ja. Ne, Dreieck auf dem Boot halt. Wenn du im Boot drin bist und dann im Dreieck. Oder du sneaks und dann L2. Wenn du außerhalb des Boots bist. Verstehst du? Ich fühle es schon heraus. Ne, das ist ganz einfach. Du bist im Boot drinnen, dann drückst du ein Dreieck, wie du halt die ganze Mal dein Inventar öffnest. Oder mit welcher Taste öffnest du dein Inventar? Mit R2 natürlich. Jeder normale Mensch. Ach so. Alles klar, die Steuern habe ich noch nie gehört, aber ja. Individuell eingestellt. Was okay, dann. Ja. Das in M-Tex hat mir auch 2, falls wir bräuchten. Die Karte lassen wir momentan drin, und das ist wichtig. Den Sandblock brauche ich nicht mehr. Besser? Hm. Er kann immer einen Sandblock gebrauchen. Ich nicht. Was tust du, wenn du eine Falle bauen musst? Dann bau ich eine Falle. Aber ich baue sie mit Sandblöcken. Ach so, keiner, dann. Viel Spaß. Habe ich zwar nie gemacht, aber tun wir mal so. Ach so, keiner. Ich frage niemals meine Lok. So, was freu ich dir noch in meinem Inventar, was ich dich sein könnte? Ach, den Regenerationstrank nicht mal mit. So. Ich fühle mich so geil, mir ist der Truhe hinten dran. Ja, was soll ich dir sagen, wenn es mal Upgrades geben würde von Truhen? Also, dass man so Eisentruhe mit viel mehr Speicher hat und so weiter. Das würde ich feiern. Eisentruhe? Ja, ich habe jetzt gesagt eine Holztruhe und dann zum Beispiel so eine Eisentruhe gibt, die dann nächstes Level wäre. Die hat dann doppelt so viel Speicher drin und dann eine Goldtruhe, die hat dreifach so viel Speicher drin. Ich glaube, wir haben schon genügend krasse tun. So, Endgame-Content, wie Schalker-Kisten. Ja, aber das ist ja trotzdem nur dreimal, äh, dreimal neunfeld. Junge, wenn du damit ein Inventar füllst, das nahezu grenzenlose Macht. Ja, klar, aber trotzdem, kannst du nicht durch den Schalker-Kisten mitnehmen. Schwer vor, es gibt eine, zu Hause kannst du eine Diamantro aufstellen und hast dein ganzes Inventar-Übel-Schirm voller Inventar, dann perfekt. Den, ich stelle mir das genauso vor. Irgendwann so, eins ist eins PvP-Server und dann kommt so ein Typ mit 100 Kisten, der eine volle TNT, mit der ein halbes Schlachtfeld mit aufbaut. Ich fahre es mit Kisten. Ah, alles klar. Und ich hab mich in der Höhle gefällt. So, was können wir denn noch weg tun? Ah, cool, das ist laus Lava. Eichensatzlinge brauchen wir nicht, oder? Kann man ganz genug bekommen. Eichensatzlinge kriegt man überall, oder? Eichensatzlinge? Eichensatzlinge brauchen wir nicht. Nee, die sind verwichtigt. Ich hab gehört, man kann die AI-Zeit in dem neuesten Update gegen Dias austauschen. Achso, okay, ja dann. Ja. Ich hab auch ein scheiß Portal gefunden, da ist auch kein Diablog drauf, was ein Schmutz. Ich glaube, ich hab das Portal gefunden, dass du aufwarte es. Stimmt, warte mal. Warum ist jeder so faul und schickt mir mal Sprachnachrichten? Schreibt mir doch einfach. Wenn sie vielleicht die 5 Minuten Sprachnachrichten schicken und dann schlimmstenfalls noch die ersten 2 Minuten sowas schicken, wie äh, äh, ähm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Anstatt, dass die die Audio dann einfach beenden und dann überlegen, schicken die das erstmal mit. Obwohl das erste, was sie sagten, war. Außerdem, die könnten jetzt so oder so Text-to-Speech machen und dann dieses ähm, öh, das so einfach rausflöschen. Und dann fertig. Oder ruf mich einfach an. Es gibt Milliarden Leute, die können tausend mal schneller lesen, als wenn du, ähm, 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 mach's, Digga. Eben. Du hast so viele Möglichkeiten, aber nee. Und du bist trotzdem so ein Spaß, du machst eine Sprachnachricht. Okay. Ja, egal, ich hab ne Höhle gefunden, aber die ist unter Wasser. Hab ich nicht so Bock drauf, du. Ich hab nen Sumpf gefunden, auch ne Heiß. Aber ist auch kein guter Wohnort. Was sagt mir für ein Biom, was gut wäre zum Wohnen? Ähm. Never. Ist kein Bion, aber egal. Das ist eine Dimension, aber okay. Nein, danke, will ich nicht wohnen. Erst recht viel Spaß beim Schlafen. Sehr liebevoll. Besonders die Mayonnaise. Besonders das Schlafen. Soße? Aber offiziell gibt's sowas nicht mit dem Namen, oder? Gibt es Käsesauce? Was gibt's denn immer bei der Soße? Keine Ahnung. Offiziell gibt's keine Käsesauce, weil jede Käsesauce ist anders. Dankeschön. Ali, warum hast du letztens nicht tschüss gesagt? Du bist einfach gegangen. Hab ich das? Hm. Du hast mich vor dem Stichwort, wo wir Superhot gespielt haben. Also. Warte mal. Hab ich gesagt, dass meine Mutter mich angerufen hat und mich genervt? War das da? Nee, deine Mutter war glaub ich persönlich da. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Die ist dann nach Hause gekommen, hat mein Stimmer, mein Stimmer, genau, mein Zimmer gestürmt, wie so ein Militärtrupp, irgendwo voll auszumachen. Ja. Ah, okay, interessant. Ich würd gern weiter traveln, aber alle meine Inventar ist in der Truhe drin. Vielleicht. Wie soll ich denn dann auf den Boden laufen? Welcher Höhe bist du? 62. Ah, okay, dann muss ich mich circa 30 Plätze aufbauen. So, ich bin hier beim Sumpfbiom. Sollen wir ein Sumpfbiom leben? Ah. Richtig nervig. Scheiße. Ja, ich war so richtig scheiße. Beschissen. Lecker. Schössend richtig cool. Ich mein, was wir können. Ich glaub, ich denk mal, die sind nutzlos, oder? So. Das ist süß. Genau. Das ist der Ansicht. Der Süßeste ist eh ja, wenn wir. Nee, ich bin das Süßeste. Oh, oder wir wohnen auf so einem riesigen Berg. Aber das wird nicht immer so geil runterzulaufen. Nee, ich mag. Wir könnten einen Aufzug bauen. Oder so eine eigene deutsche Bahn. Eine deutsche Bahn, die pünktlich kommt? Mhm. Ja, wir müssen hier wohnen, weil hier ist mein Groben-Biom. Ich muss dann extra so eine Haltestelle machen. Oh mein Gott, ich hab den geilsten Ort gefunden, Jungs. Und dann machst du irgendwo in der Ecke so ein Schild aufstellen, wo steht's. Ich hab den geilsten Ort der Welt gefunden. Also hier sieht's so geil aus. Ich sag euch mal, Collis. Ich hab hier zu Hause, was? Dann hab ich mich irgendwie in den Berg reingebaut. So, da könnt ihr hinkommen, Decker. Das ist wirklich so ein geiler Ort, seh ich hier. Wir haben einfach Sumpf-Biom, Schungel-Biom, Mangroven-Biom, Strand und Riesen-Mountains. Und ne Höhle-Jungen. Schungel-Biom war ja mit den Gigabäumen, oder? Schungel-Biom ist das mit den Gigabäumen, ja. Ah, okay. Und, du hast mal Kroven-Biom, ist das neue, oder? Und wir haben hier ein fliegendes Kreuz aus Sand, und ich weiß nicht, warum dieser Sand fliegt. Das ist eigentlich so ein Kreuz mit Haken. Nee, kein Kreuzhaken, andersherum. Junge, ich bin doch schon auf 60+. Hab ich mich schon wieder in den Berg reingebaut. Der ist schon, hast du dich auch im Weg? Hast du mit Lust, Minecraft zu spielen? Ach, das ist noch gar nicht auf unsere Dings. Also mich oder wen? Ja, dich natürlich. Ich dachte, du bist scheinbar in der ganzen Welt. Ich sagst, du hast sogar nicht in der Welt bist. Nö, ich bin gerade in Konto. Ja, ich habe mich tatsächlich irgendwo reingebaut, das Wild. Aber vielleicht kommen wir später rein. Okay, dann bist du jetzt einfach unsere mögliche Unterstützung. Ich bin emotionaler Support. Genau. Du bist der 2.0 Stimmungsmacher. Das ist wie Ali. Ali ist alles mit 9. Ich bin nur Marono. Ali kann das wirklich gut Stimmung machen. Allein er ist einfach in diesem Discord selber drin und macht schon mehr Stimmung als jeder andere. Ich bei kaum einer schreibt, fuck. Ich bin der Beobachter. Das ist ja großartig. Ich interagiere mit niemanden. Niemand? Niemand. Man sagt niemals, niemals. Naja, ich sag niemand, nicht niemals. Achso, dann ist das legal. Wie komme ich nach Hause? Egal. Du bist einfach zu mir. Du warst gerade über mir. Du warst ganz oben links auf der Karte. Jetzt bist du ganz unten rechts auf der Karte. Das ist doch schön. Ich habe es nur hingekriegt, der Zeit in der Höhle reinzulaufen, mich zu verirren und dann mich einen Berg hochzubohren. Statt einfach wieder zurückzufinden oder einen normalen Weg zu nehmen. Das hört sich fast an wie so ein Arno. Warum liegen hier überall Leichen von Schafen? Ich habe kein Schaf gebildet. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Wolf oder so. Nebenbei, ich habe noch nie gesehen, wie ein Mob einen anderen Mob umbringt. Nein, ich habe irgendwie, ähm, beispielsweise irgendwie so eine, ähm, ähm, Creeper irgendwie gehetzt, dass der, dieser Wegsprenghansel andere noch mitgeersprungen hat, also. Wegsprenghansel. Wo ist der mit dem GTA kommen? Natürlich, hä? Ich glaube, das ist einfach sein Leben. Minecraft GTA hat das selbe Spiel. Ja, bei beiden tut man die Twilight-Avernichten. Die sprengt sich weg. Dann gibt es noch den Snipertypen, nur hier eben Bogen. Hier gibt es Hashtag Teleport, äh, Schrägstrich Teleport. In GTA gibt es anderen Teleport. Es gibt BST in beiden Games, mit denen man mehr Damage macht. Achso, stimmt, 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 ja. Stärketrank regelt. Man findet überall Weeds, halt Wasser. Das ist das falsche Game. Stimmt, Dörfer Genschen. Machst du ihn noch schlimmer. Okay, welcher Banner ist jetzt eigentlich raus in Minecraft? Welcher, was ist raus? Ja, äh, worauf muss die Community jetzt pullen? Gibt es denn nicht so viele neue Mobs oder so? Gerade eben ist eine Abstimmung. Genau dieses Moment ist eine Abstimmung, was für ein neues Mob reinkommen wollte. Das ist halt gestern. Ich bin aber, ich weiß aber weder wo, noch was. Ich hab das nur gestern irgendwie mitbekommen. Und ich sollte aufhören im Kreis zu laufen. Leil, meine Map, die ich freigestellt habe, sieht aus wie ein Dick. Das war auch ein Geflamm. Perfekt, das du mir jetzt erst mal gewandt. Streamst du auf YouTube oder auf Twitch? Ich glaube, YouTube streamt, ja. Also wenn man nicht groß ist, dann kannst du vergessen, auf Twitch zu streamen. Ja, das ist ja schon recht. Würde ich auch machen. Abrufe auch machen. Würdest du es ausprobieren? Was läppest du? Bis jetzt, keine Ahnung. Du wirst jetzt YouTuber. Vielleicht. Das war schon immerhin, das ist ein Traum, bis jemand ihn endlich frägt. Jetzt wurde er offiziell gefragt von Ali. A.K.A. Mohamed. A.K.A. A.K.A. GTA Suchti. A.K.A. 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 Dass man nicht leiden kann. A.K.A. Ich habe noch mehr A.K.As. A.K.A. A.K.A.s? Was ist das A.K.As? A.K.A. 47. Was für eine. Mal ab hier, was soll da geholfen. Jetzt so eine auch. Falls ich dann wieder zur Schule muss. Falls dir wieder GTA spielen muss und proof. A.K.A. frisch die schule ist mir dann finde ich auch gut ja das ist am besten ich finde obwohl ich bin den sportraum am besten zum einen kann man dort ist das schön für platz und du kannst sport machen alle genau und haben an meinen füßen rum da habe ich kann ich noch ein bisschen ähnung ist ja nicht weg springen genau dann können die auch nicht irgendwo sich hinter verstecken und dann anfangen mit so auswählen ja genau auswählen leuchtiger ja immer ich mir nicht so gut vorstellen du immer mit völker bellen ich bleibe mein auge ich triff alles diese eine person die gefühlt in eine ganz andere richtung wirft aber einen dann trotzdem trifft alles hacker wenn wir nicht die bildung haben die welt gelegt die haben gott gelegt haben sich dann coole rechte beschaffen und ich habe mir entdeckt das sind nicht rox der mitarbeiter sondern das sind gott mitarbeiter ist das nicht engel da kann ich nicht die gott mitarbeiter ich bin auch einer ich darf euch vergaßen also es ist diese 1 60 große zwerg mit dem kleinen schnurrbart ist der dann ein anführer nein das ist mein fahrer das ist ja in der zog frage ich glaube der hat der schöne mann mit diesen schönen schnurrbart hatte bei den brutalismus dann ich nenne sie automatisch und das ist dann weil ich sofort nicht sagen hat bestimmt auch auto eng gehabt bin ich mir sicher mit der kasse ja weil er selbst als ich nur ein schluss verbrauchten oder diese klitsch gemacht dass er nie nachladen muss wir brauchen auf jeden fall ein evo handel da ist schon doch ne putin ist auf radar der geistung ist jetzt schon aktiviert ich habe gar keinen benachrichtigen bekommen was der ghost ist ja doch schon heftig nichts gemacht ja der hat unendlichkeit zwar da und hat auch gott mode wirst du nicht also sind die perfekten voraussetzungen gesprächsthemen für den stream der bei radio speziell für kinder war oder da hast du das dieses mal gerne anders gemacht ne nicht speziell für kinder also speziell für kinder klappt dann wäre ich schon längst weg stelle ich mir heute auf ernst vor so ich habe jetzt mal ganz einen tagen alle wie lang brauchst du noch um hier zu kommen ich habe die orientierung muss ein der koordinaten lesen kann ich auch nicht ok sondern gibt es auch gar nicht hatte alle keine koordinaten doch ich kann nicht so meine koordinaten sagen ich brauche kurz ne neue ausrede ww nord 2035 west vier milliarden vier hunderttausend 636 minus 5 war das ne ausrede ausrede du stinkst ich ziehe erstmal keine rüstung an nicht dass ich die irgendwie kaputt mache habe ich schon ich hole mir schon mal die materie ich hole mir geflucht ich hole noch mal grüß aber geil ich hole mir schon mal die sachen von diesen runes portal wie ist das so 12 stimmt ich habe sieben eisen europa alten warst du nicht eisenfarm war ich das was das hast du so gesagt ich habe gesagt ich gehe eisenfarm ist das nicht was ich war ich habe es gemacht ich bin getravelled ich bin getravelled ich bin getravelled auch ich bin getravelled was ich bin getravelled was ah alles so ui sind aber schöne pappageier ich habe jetzt sieben eisen ich bin wach mal sieben haus da aus gold konnte man ja mit eisen abbauen mit eisen kannst du alles abbauen außerhalb ob sie ja auch von ärzt her kannst du alles abbauen doch das geht auch es dauert nur lange ja du kriegst es aber nicht mal nicht ja abbauen kannst du auch mit hand dein eisen und mit kann ich damit die ja alles abbauen nehmt ihr darfst du kacken ach so ok ich kack dir immer an dir das einzige problem was sie haben hier ist nicht ich mache schon mal ein bett falls ich irgendwie sterben sollte was gut und möglich ist weil wir einfach sind aber das ist mir egal was sogar so ein eiler für meine kopf hier ach zwölf pro dann können wir es jetzt vier betten machen und ach so lange hat weiter aufhören zu klicken nein auch schon aus dem stick gemacht der stick hat einen kleinen deck aber auch wo muss ich das nicht weißt du das also so tipps an mich selbst zuerst denken dann reden um herrchenchen hier ist aber schöne farben denn rosa betten was ist das für die geldflagge machen ne geldflagge die brennt ok machen ja das was mir gerade einfällt wir machen jetzt so eine krasse festung alles klar können wir auch so um unser hause ist so ein riesen Turm wo einfach nichts drinnen spawnen kann also nur drinnen spawnen kann aber nichts von außen reinkommt können wir um den Turm herum Magma Blöcke machen damit jeder kann alles machen alles klar ich fahr mit Magma Blöcke komm erstmal hierher alter nein Magma Blöcke sind jetzt der krasseste Loot auf dieser Welt für mich ach so keiner drum wo kann man am besten sanft haben ich glaube in der wüste oder schnee bio ich stehe auf mir magma blog und wundere mich warum ich damit kriege gute frage nicht so farme ich stehe auch auf dem schaden block ich nicht kriegst du mich an ich finde das geil ich nicht so gold konnte man dir das abbauen oder nein nur mit eisen wie also ist das schlechter was komisch ist mit holz kannst du holz abbauen mit stein kannst du stein abbauen mit eisen kannst du eisen abbauen mit diamant kannst du diamant abbauen mit gold kannst du nichts abbauen kann ich kein gold abbauen du kannst gold nicht mit gold abbauen ich habe jetzt irgendwie gedacht das weg war doch mit gold kann man eisen abbauen aber mehr nicht alles unter eisen über über eisen geht nicht okay also die ja geht nicht gold gibt selbst nicht super mein inventar ist voll ja oder doch ist mir auch dabei soll ich nach koks suchen ausstrahlen die dinge halten ist doch alles dasselbe so ich glaube ich habe so gut wie alles abgesperrt warum sind die alle sieben tausend während ich sechstausend wenn du schlecht bist du bist super cool spaß ist natürlich nicht richtig warum wird deutsch war mein standort festen damit sie den zucker nicht drüber fahren kann natürlich was sonst ich mag züge ich mag omas du auch hier mögt ihr omas ja aber nur mit so so wir sind schon wieder zu trocken gar nicht so gut sind was ausgeleiert unten drunter was was ich habe schön könnte gefunden ich habe schon draußen der getötet oder klar braucht vier namens die schildkröte oder ich ja du brauchst den ersten gegner auf dein niveau mit der schildkröte sind sie müssen genauso schnell wie mal um das cool wir haben wo las ich dann da musst du das schildkröte einen kleineren schwanz haben als ali hast du nicht gedacht oder woher fest jetzt weil warum ist der scheiß schon wieder ein wandern der fotzen lama sohn da selbst wenn man den namen hört ja ich weiß aber eigentlich ist er doch immer selten habe ich sie irgendwie jeder scheiß drei minuten was trägst du in bevorste sagen wir nicht langweilig 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 soll ich dich jetzt in luft jagen oder nicht das einzig was sie mir kaufen würde ist ein millionen kern das machen wir auch das millionen jetzt mal jetzt hast du millionen ja ich habe zwei millionen warte soll ich mir keine kaufen oder nicht warte nee ich habe kürbisse ok dann kauf ich kauf mir noch so einen schwarzeichenbaum weil das wird gar nicht alles zu fahren ein berg hoch so und jetzt kann ich sie töten weil jetzt brauche ich sie nicht mehr nein muss allein das sind geilen so der typ ich habe uns die bakkeitsdrang von ihm bekommen 8 minuten geils ja ich weiß wie selten nur kann man es ist genau so selten wie also es gibt ja auch das dass man von einer hexe wenn sie genau trinken heilungstrang kriegt aber das ist nicht mal so selten das ist häufig geführt naja geht also ich sag schon mal 1 wenn man das rotierung zerstört natürlich dich hier sind blöcke drin und siehst du auch an der größe und hier ist in der ganz andere restaurant größe ja blöcke sind viereckig muss es irgendwo ist aber die form dein gesicht ist eine form die kürzelt ich muss eigentlich die wand aus noch umschauen die fastwertig ist sieht aus wie eine wand ich kann der mal sterben alter genau das habe ich noch mal zu mir gemacht was oh wie süß die betten den aus ihr herz körper schöne pinken herzen oder das war schlafen oder alles soll noch mal einen block tiefer oder nur so nur das da hier weil schon mal hier vorne gibt es auch ein block tiefer und hier ist auch ein block tiefer deswegen möchte es an der ebene anpassen warum hast du ein weises bett ich bin immer an der ganze zeit habe dann lasst es auch gleich pink färben und dann habe ich ja ich schon auch eins und nix was gegen genau einfach nur ein bisschen cool du hast dieses zu kann man wie viele blöcke jetzt schon haben alter aber stimmt ich habe doch noch welche 1 1 block erde ein schmuck was ist ein schmuck deutsch war der kris schwere sprache ist nicht nix deutsch so katholische bocken und risch warum klingt das wenn ihr russ ist trainiert zu karl hohr so kaputt den war also das ist nämlich einen typen hin zum kopf ist so hier du kannst du helfen mit ich wundern ich glaube einschlag und spitz ist kaputt macht ihr aber dann über stein weil eisenspitze garantiert sich nicht macht ihr dann nur eine steinspitze steinschaufel mal nicht was was für neue schaufel macht macht lieber eine steinschaufel weil wir haben zu wenig aßen das hat sich davor es muss doch nicht alles da sein schlechte zeiten trotzdem das den gutes ich habe doch gar nichts gegessen ach wirklich ich gucke wenn ich das haben wir nicht jetzt gemacht super steht kein datum wird schon gut sein zwei tag später ich hab ne schimmelpilz allergie ähm ich würde ja im quälen nicht die tun jetzt voll machen wir müssen die gleich abbauen und nach unten zu lagern das kannst du gerne schon mal machen alles klar ich mach schon mal den boden und weil als so ein block unten drunter warte ich mach dir einen freiboden einfach alles was hoch fliegt jetzt eins weiter runter alles klar hast du schon ausgestellt dass sich die töten kann beziehungsweise dass wir uns gegenseitig beim abbauen von uns da damit habe ich nicht aber das ist eigentlich eine sehr gute idee ist habe ich mir angemacht und ich habe die ganze leute abgefasst das würde ich eine gute idee freindlich auszumachen so das hätte ich nicht mehr schlagen aber ich kann auch nicht durch die durchboxen ist ja noch geiler gewesen das war wie transparenz für mich bist weißt du ja ich fand finde ich noch flacher krass das passt sogar alles in meinem inventar ja das habe ich mir schon gedacht weil wenn es eine halbe truhe ist dann ist immer ein inventar du hast immer neun blöcke mehr als eine halbe truhe also eine normale truhe es gibt ja doppelt ruhe normal das weiß doppelt ruhe wer das jetzt gleich dreimal mein inventar geführt hier der machen muss ja eine doppeltruhe ist nur zweimal dein inventar ok es sieht halt immer so viel aus wenn da so ein haufen ist und ich dann gucken muss wo ist die truhe das nein das ist das falsche dann lege ich irgendwelche items aus meinem inventar raus das war ja wieder das falsche und dann muss ich das immer wieder und dann wieder rauswerfen also eine doppeltruhe voll ist dann kannst du die machen wird die unterst 3 wo dann immer wechseln kann es komplett voll und dann sein immer oberes inventar das hast du ja nicht benutzt in der hand mal kann ja unter dass der inventar hat mal zum benutzen und dass man das normale inventar und ein normales inventar ist eine normale truhe eine doppeltruhe werden zweimal dein normales inventar kann nicht diese astronauten rüstung anziehen kleidung also helm und so das schuhe ja aber die gold würde ich an der stelle zurücklegen weil gold werden wir für ein netter brauchen wir pick ins trend brauchen immer in irgendwelche gold sache und gold geht ja auch immer schnell kaputt aber ich würde eigentlich auch am liebsten die ketten rüstung aufhängen weil die kriegst ja nie wieder nach außerdem wieder farmen gehen das ketten eigentlich könnte man diese kärle ist die selbst der rüstung so gut wie eigentlich muss die eben aus ketten besteht ich meine wir haben ketten und können keine kraft weißt du was ich es gibt jetzt die ketten es gibt ketten in my craft das ist einfach ketten und daraus ein einzelgerüstung zu kräften rüstungen und dann hätten wir quasi ein kettenhelm geht halt nur nicht das rezept ist im grunde noch nicht freigeschaltet nicht noch nicht freigeschaltet es gibt es halt noch nicht und es wird es auch nie geben ketten rüstung wird immer so bleiben ist schon überhaupt neu dass man es überhaupt in den dings finden kann das war's ich lasse den block in der luft das war jetzt nicht so eine schleude von mir das abzubauen jetzt fliegt sich die ganze wasser rum ich muss auch noch mal so einen käschen wo dann ist ähm hohe bett so mache ich das leg mal irgendwo fest dass du spawst einfach mal im bett einmal drauf drücken ja ich meine mach du das glaube ich schon ich habe gerade eben gespawst mit doppeltruhe so haben wir uns geschafft oder ist alles weg ja ich habe den vier weg weil der nervt mich so machen wir schon eine ganze internationale folgen mit blöcken krass guck mal das dort an jetzt weißt du was machen wir haben auf was sein zu tun lassen wir lassen wir lassen weißt du was wir machen jetzt eine viel bessere sortierung dann hast du das alles raus ja ich habe auch überlegt ob ich das mache dann machen wir das so ja zwei reihen müssen dafür reichen dann zwei reine erde es gibt aber auch grobe erde ist das problem wenn man macht lieber unten weil dann sieht es besser aus manchmal nicht erst mal das war die falsche das ist ihre kacke aus so viele drei reichen sage ich drei reihen ja das ist aber andere er das schon mal den namen es gibt einmal grobe erde normale erde ich zeige es dir mal ganz kurz mal von beiden 1 raus dann zeige ich dir mal den unterschied ich meine so sieht das zeitgleich aus so schock mal her dass der ist grobe erde kann den unterschied sehen und das ist normale erde ja ich weiß es ist dass sie ein bisschen brauner guckt er da hier das ist grobe erde hat noch ein paar scheiß flecken ja perfekter steam also dann würden wir auch noch glaube ich sagen eine reihe reicht ja eine holz reicht zwei dem machen wir mal eine reise oder nicht so viel dann noch 1 für normalen weg und dann noch zusammen zwei wir werden eben mehr bilder körper braucht macht mehr tun machen ich würde für jeden schon in truhe machen wollen wir haben jetzt 1 2 3 4 5 also ich würde eine für die holzarten will ich nur ein einziges holz truhe machen insgesamt und erde truhe und bruchstein truhe würde ich halt jetzt auch noch machen ist auch dieser sandhaufen das sieht aus wie so hightower kratzt hauer wir heißen diese gebrust äh sky das mit sky sky tower was noch mal was hochhäuser ja sky scaper sky scaper irgendwie diese richtigen dinger ja das ist wirklich schon so aus wie das größte gebäude genau wollten kratzer genau 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 und auf englisch heißt das und das mit sky crater oder so was gibt es gar nicht ja hat du kackfelder mauser peste ich ich kriegte ich ha also der das ist mal groben baum ist der neue dann habe ich da angepflanzt dann kann man wasser anpflanzen und das ist die neuen setzten schaut diese dinge hier sind nicht das länge die da hier aber die war noch nicht fertig erst wenn ich so war da kommen mit ich zeigte mir anderen wie die fertig aussehen also sind fertig aus einer verbrauchst aber eine axt um die abzubauen auch sonst wochen die nicht was das geilste ist schon mal diese diese blöcke hier wenn ich normal abbaust brauchst du keine schere um die abzubauen und dann dieses nur finde ich unummer geil dieses schlamm hier für das ist dann kann man auch so geil zum baum benutzen kannst du auch zum harten schlamm machen ist mir alles egal da gibt es auch schlammiger man groben wurzeln sieht auch geil aus und das ist einer der geilsten baumarten und es holz sieht auch so geil aus jungen glaubt mir kann sein ja keine ahnung weiß es ich glaube von gestern ja schreibt man den titel stream mit monte ich esse gerade monte im grunde genommen könntest du jetzt schreiben dass monte dabei wäre ja dann würde ich mal wahrscheinlich passieren bei copywarten abendings umste halt aber nicht gelogen weil ich hatte monte wenn ich monte joghurt entscheiden würde das vielleicht sinn machen aber ist doch auch das nicht angegeben welcher es ist ja no placement ich kriege ja kein geld dafür also warum sollten wir es machen wer weiß ach du kriegst geld dafür ich habe damit meine 1 8 7.000 donner ich habe in gta also dachte gta geld das haben wir kein sand mehr ich habe die maur verschäufe vollständig das sieht relativ gut aus mit der braun wird nur noch die erdflächen da auch mit sand ersetzen oder sagen wenn man testen kann man nicht zufrieden macht wir sehen ja am ende wie es aussieht er hat überall sand ist und dieses doch was in der sohn komische sagt nichts an fliegt das genau sollten das aber halt so machen dass wir noch sachen irgendwo anbauen können auch wenn du drogen meinen drogen fahren kann haben wie das heißt okay erde wasser feuer was machst du so eine kühle mauer ich hab die aussehen gekauftet also akut das brauchen für unsere tippsgaberei da können wir schwer kannst du es mal ganz in die truhe tun eine kleine schwester schlafen geht alles klar ich kenn den nicht fragen lieber nicht nach ich kenne irgendwas dummes drauf zu antworten warum hast du die blöcke nicht auch nach hinten reingetan was gerade weil ich gerade nur diese weil ich gerade platz machen wollte in meinem inventar und deshalb mein ganz alles was ich mitten rum getragen habe da reingetan musste die anderen kisten konnte ich ja nicht noch weiter füllen dann bin ich ja ja okay ich glaube wir machen lassen es jetzt erstmal normal wie die kisten jetzt also wir machen erstmal die kisten wieder normal würde ich mal sagen ich habe jetzt wann machen wir eigentlich monster an weil ich will ein bisschen springs ähm ich spiel ohne monster ja am anfang mache ich immer ohne ähm dings monster weil am anfang ist immer relativ nervig für betten und so weiter zu sorgen erst recht wenn wir mehrere leute sind ja nein also du willst mir sagen dass das zombie gefährlich wäre nein aber andere sachen kann am anfang nördlich werden wenn diese komischen oder eine schwelle ja davon ist ja sechs ein haben soll genau halt dich fern von dem oder ein körper so jetzt kommen wir zur arbeit gehen erst schlag und dann weiß es an nee ich will noch irgendwie erst nachts dann mache ich jetzt an okay und ich erst mein brüten du hast das schon angemacht oder ja gerade eben angemacht okay ich dachte irgendwie minecraft gibt mir irgendeine benachrichtigung die jetzt sind monster aktiviert ja das ich würde grad auf dich einstecken haha alles klar ich bin ein zombie das ich so jetzt haben wir aber auch hunger ist das problem und wir haben kein essen doch dich ich kann man nicht essen Ali wenn du meinst ich schreck mich gut keine sorge da kann der mal nicht ich wollte grad sagen wir haben keine kohle aber wir haben doch kohle ich hab kohle gefahren so ah cool da oben ist ein schwecksprenghantel das ist das einzige was ich nicht sehe ich stehe auf karl sprechen ich hab doch gesagt ich soll erst schlafen jawohl weil sie ist halt noch nicht külpersicher es könnte noch bei uns alles in die luft liegen das ist nicht so geil du ich guck gerade dein element an das ist nicht gut oder nein das ist eigentlich gar nicht gut egal der wird gleich eigentlich dir so einen jumps gegeben und gleich in deine frisse sein ja jetzt wird das auch tun oder auch nicht weil ich ihn töten werde oder auch gleich sterben werde tschüss und noch was ok ich weiß noch nicht was das sagen wollte ah hab ihn geholt hab so eine enderperle ja cool passt passt ja da das glit hat sie der hat sich weggeportet na, halt ne Pussy fuck, Mist siehst du hier irgendwo ein siehst du hier, ähm, Skiljet wir haben Tag, da wirst du jetzt eh sterben oh, hallo, Kriperchen na, haben sie einen schönen Tag da oben gehabt Damien und seine Freunde sind hier sagt sie mal versklaven ja, was? gar net, ähm Friday for Future ist toll und so ähm Sklaven for Future ist äh, was, oder was? Friday for Future ist gut Sklaven for Future ist besser darf ich die Schildkröte umbringen? dropp die mir irgendwas ich weiß nicht, wie ich an diese Helm oder Materials da dran komme muss ich die töten oder? was für welche Dinger? Ninja Turtles muss ich die töten oder? was willst du, Ninja Turtles, was willst du machen? droppen die nicht, fuck, äh, Mist droppen die nicht dafür musst du, dafür musst du die Paaren dann die Eier aufmachen lassen dann den ausgewachsenen töten dann ist es nur 1 zu 200.000 dass da was rauskommt einfach einen erwachsenen töten? nope, da kommt noch Seegras falls überhaupt da kommt nix raus ich muss raus doch, wenn du ne normale Schlück rückstürst äh, kommt Seegras ja, außer Seegras und das, was er möchte, kommt da nicht raus jetzt kommt erst, wenn man sie part ich will halt diesen Helm den man dann daraus craften kann ja, natürlich, man braucht jedes Item ja, das ist aber wirklich wichtig weil, unter Wasser, das wär schon nice ja aber es ist gut, dass du die Schildkröten erstmal tötest weil ähm, niemals dieses Schliff hier hin tun weil sonst können wir keine Schildkröten ausbauen weil wenn du die tötest, kriegen wir Seegras und Seegras sollten wir behalten und die brauchen wir zu denen dass wir die verfahren können erst spammt mich mit nach soll ich mein Handy nicht wieder fallen lassen Junge, ich hab aber einen Jump'n' One grad mit Seegras-Dinger da gemacht ja, wie heißt denn diese Schiff-Dinger da? ich hab Bilder bekommen aber nicht von der Person, die ich gehofft habe zum Beispiel dann wofür? wofür? doch, du steckst mir Bilder von dir was soll ich denn mit? kenne es auch wie oft soll ich es denn auch sagen? du kannst die Sache auch bei dir selbst speichern toll, gleich warum, was passiert? meine Muttersperr hat mich mit Bildern zu warum? oder was? wir behalten erstmal alles ok, weil irgendwer hat das mir ins Inventar gelegt nein, das war in der Truhe ich hab ihn aber nicht rausgenommen ich hab ihn aber nicht rausgenommen warum ist es dann in deinem Inventar? weiß ich nicht sehr verdächtig, Ali gib's doch zu, du stehst einfach nur auf dem pinken Farbstoff die Name sie erinnert mich an was anderem pinken und zwar soll ich mal erzählen? von was? und zwar an 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 den Pokémon wohin genau seine Shiny Edition sieht genauso aus ach so, keine Ahnung ja was dachtest du ja was, ich sage? mhm, das P-Wort ich dachte eher eigentlich an das D-Wort DIGGA ich hab mich kürz und voll irritiert Ali, du hast doch bestimmt Lust ich meine, es leicht zu brachen einfach so mhm, das ist klar mhm, das ist nacht ach so, okay, das ist alles n'gut nein, eigentlich Sand zu farmen aber wir haben hier keine Wüste im Ernst, ich hab grad mir Sand weggeschwissen oder Sand brauchen wir unbedingend wir haben Sand zu Hause nein Sand zu Hause oh ne ja, merkst du war ein anderes weißes Pulver Mist ah, das andere weiße Pulver ist aber nicht so gut hey, doch hey, wir brauchen noch Zucker war es nicht mit Kuchen oder so? pfff 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 die reihe gebrüßten rauch jetzt war die selben im selben moment nein gesundheit du hast noch keine wolle oder als beziehungsweise das woher brauchen wir noch oder nicht wolle strings hat sich selbst geerbaut ich habe einen tüntenbeutel oder keine ahnung wie wir uns ja diese tentakel wie ich da mit warts ich weiß nicht oktopus hat hinten fisch wo ist denn der unterschied wo ist denn der unterschied der hätte dich mit deiner klarinette tot geflötet nein der hätte mir noch mal verziehen war nicht zu Spongebob geschickt ja der ist doch einer der bekanntesten Musiker der Welt Taddeus ja natürlich auf jeden Fall nur ist er der einzige der keine klassische Musik spielen kann er hat wie glaubst du einfach nicht dass er seinen Traum irgendwann hinkriegen wird jeder fängt man ja nicht so gut an ja und endet auch nicht so gut warum lauf warum springe ich die ganze Zeit rum ich habe jetzt noch viel Hungerkorn was soll ich machen nicht dort rum springen gute Idee weil aktuell mache ich nur eine Kakaoper ah genau warum farm farm genau 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 eine super Idee gebracht ja so gut dass ich dich sogar anschreiben musste ah dankeschön krasser so ähm was denn einmal braucht man auch mal einen Mülleimer wir haben ja noch keinen als musste ich jetzt erstmal dich benutzen das genudelt der Kudel ich habe Tintenfisch die Nudel hast du einen Tintenfisch genudelt? jaaaa Tintenfisch Tintenfisch genudelt habe ich letztens gegessen Tintenfisch genudelt das stimmt ist auch das einzigste und wenn er auch ja stark an ich bin sehr stolz auf sich notiz an mich selbst irgendwann eine Toilette in Minecraft bauen und dann ähm diesen Behälterdingern oder tricht dann da so ein paar braunen Farbstoppteine reinpacken ah so das gedudelt das gedudelt deine Mutter ist eine geile Nudel und sie verwendet geile dudeln Ali ja ich mache einen Melonenkerne geil was hast du da gerade gemacht? gar nicht ja ne was machst du? du hast mir eine Schaufel drauf gedrückt hast du eine Hacke das hab ich nicht gesehen nicht so voll ja das will ich nicht ich mache niemals solche Löcher guck mal die Truhe hier guck mal her welche Löcher guck mal her guck mal her nein du musst Fische fahren wow du Fische überleben meine Schläge direkt die lachen mich aus dass ich schwach bin nein er schwimmt den Berg hoch guck mal her guck mal her ich habe einen vollen geilen Parcours gemacht baam 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 du von deiner Mom was was lauf uns essen zurück essen lass mich essen essen das ist aber nicht essen nein er schwimmt den Berg hoch nein er stirbt den Berg hoch Was? 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 Die Jumpscare von Zombie, Alter. Bin nur kurz am Handy, meine Fresse. Alle können wir bitte schlafen. Gemeinsam. Fuck. Fuck. Ich sterbe! Ich sterbe! Zwei Herzen? Spillig? Hallo, du meinstes Bett. Lieber, okay. Entschuldigung. Welchen Schwierigkeitsgrad haben wir? Einfach. Okay. Heißt, bei den Halbnerz störe ich mich? Bei Vergiftung nicht mehr. Ich meine generell, wenn nicht gleich meine eine halbe Hungerkeule weg ist. Nein, nur bis zum Halbnerz. Okay. Ich habe Gehirn gefunden. Ich habe immer schon gesagt, dass es Gehirn ist. Guck mal, sie haben wirklich aus dem Gehirn. Guck mal, ich hab was. Ich habe einen Panda gefunden! Oh, ja, 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 ja. Oh, Panda auf dem Kopfchen! Da, ne, auf den Kopfchen. Hallo Panda, kann man dich streicheln? Bitte streichel ihn nicht mit R2. Das habe ich mal ausprobiert. Mit R2? Hm, genau. ich entführe ihn ich hole die stein dinger jetzt so geil wie die mit der kraft deinen gedanken bewegst wir müssen so lkw-sounds doch machen so hier komm rein damit ich hoffe der kann nicht drüber springen das finde ich so geil manche tiere können das sollen wir noch einen zweiten abend dann haben wir eine pandafarm ok perfekt scheiß der ist aber nicht auf dem kopf als das heißt bewegt sich auch ok dass wir nicht so gesehen die alle können ja auch sagen weil ich mach schon mal ein loch auf doch schieb ihn in die olga du kannst ja mit normal laufen ne wie schnell es dann geht bahn junge gefickt habe ich dich glücklich den dass der reihaus sehen eine sklaverei hallo was denkst du denn wirkliches klar das ist freier wille im gefängnis auch wenn wir da stehen das gedadelt ist gut und seine mutter ist eine geile nur ich schwänze an den bäumen sind gewachsen das stimmt wirklich was bringen die schwänze bringen ja was können wir machen schwanzeln ok dann nicht ähm weißt du was wir uns krasses jetzt bauen nuttenfabrik ne nuttenfabrik was was ich sag die nudelfabrik achso ich hab das verstanden ich hab das auch eigentlich gesagt ich wollte nicht proben schwögen achso ok ok oh cool die tanzen schon wer ist ein guter sklave ja du bist es wir brauchen einen Namen für die ne wer ist ein süßer sklave ja du bist ein süßer sklave kurze frage sind die jung oder mädchen ähm weiblich beide weiblich weiß ich nicht keine ahnung gute frage ich glaub nicht die können auch schwul sein und auch schwul schwanger werden das sollte ich gerade fragen wie funktioniert das ne ich glaub das ist immer mit den augenfarben oder so gewesen ich glaub die sind beide männlich haben kein geschlecht doch doch die haben schon Geschlechter das war Spaß was bist du für ein Huch und so ich hab extra für diese Kerze Fisch gefarmt ne ich nicht du kannst kaum was soll ich kommen ich komm nicht gern danke vielleicht später alle bitte fülle doch immer die löcher wenn du Löcher rein machst schon mal du machst hier mal solche Löcher rein guck komm mal in die tue wenn du solche Löcher machst nimm doch bitte das unterste item und tust dann da oben wieder hin hallo du hast nicht auto aim auf mich aktiviert nicht so wie ein gta ich hab nie ich hab nie ich hab nie aktiviert was laberst du nein ich hab's auf Aufnahme Luca Luca da hat uns das gut meine Mutter ist eine geile Nudel habe ich noch irgendwo im Bett liegen wir werden noch irgendwo im Bett oder nicht nein du kannst aber auch in der Fuhr schlafen so schwul puh äh das ist was wo ist der pinke Farbstoff da ist er da ist er da ist er jetzt haben wir genau hier und das reicht jetzt auch weißt du wofür dieser komposter ist so kann wir das tieren ich meine kohle ich bin kein koks mehr da aber doch wir haben kohle haben wir noch in der links drin jörgmann nagerfeuer kohle äh drei holz holzstämme und drei sticks eine kohle drei sticks und drei holz stämme alles klar die eine kohle kann ich dir geben so hast du auf das schon aus wo ich das irgendwo noch hin tun nur ich jeden stören kann perfekt oh gott wo kann ich am besten nein tu es hier hin irgendwo hier so am feuer wir können jetzt so einen schönen platz außen rum machen hier hin da ruhig der ganze draufschlag auf dem block okay warte eins zwei ja okay das müsste reichen der hier ne ja ja so und da kann man jetzt auch erst entlang klatschen mach schon noch mal feuertänze damit ich wegen gott verschwören kann sauen bitte niemals wegschmeißen alles klar sachen bitte wegschmeißen mit tierchen nein ich bin äh mädchen nein was denn ich genick frauschein du bist eine frau nein eben nicht können wir die letzte truhe als essenstrue benutzen gut dann tun wir da mal alles rein was mit essen was essbar ist alles klar ich denke dich in die truhe aber die äpfel niemals essen weil die äpfel sind wichtig nur schluss für gold für goldäpfel zum beispiel ja die sollten wir bambus äh anschaffen bevor die verrecken oder die verrecken doch oder oder wir müssten es ja eigentlich nicht ah cool wir können die verrecken aber trotzdem können wir mal so dass wir tasten ob sie dann überhaupt wenigsten vergaß äh nicht vergaß äh fahren können warum kann ich keine hühnchen da placen hühnchen was ah jetzt wo willst du hühnchen placen ach so ja du musst dir mal aufheben am schluss weißt du ob ich meine schere gemacht habe schon mal wir haben jetzt richtig gute farben wir machen aber den da hier dann noch ein bisschen das gras hier am boden also wo kommt das haus hin hier oder woanders also hier werden wir es müssen schon mal bleiben das weiß ich hier ist wirklich haben wir jedes bio wie du siehst was wir brauchen so jetzt schon mal was ich gemacht habe mit dieser schere schon mal hier rein weißt du ob das so wichtig ist der kein dünner ist dann können wir jetzt hier diese ganzen komischen umkraut und so weiter reinlegen und dann kriegen wir knochenmehl raus um diesen knochenmehl können wir dann hier diese melone weiter anpflanzen und melone können wir als haupt nahrung benutzen okay das habe ich schon zwei knochen mehr so und jetzt musst du jetzt immer eine melone anpflanzen ich habe nicht so aus so ein real life kaktus kaktus ein bisschen so aus ja so ein jörgloch bräuchten hier desquels hallo was ist die mehrzeit von kaktus kaktus mit der mutter nein kacktee die kacktee eine mir noch ähm wie bach weißt du was du machen könntest du nimmst jetzt mal eine spitzacke und warum soll ich wie viel eisen oder spring weiter random rum und verbrauch unser essen nein äh die sind wir noch nicht bereit ne hm was wäre es nicht bereit jetzt ist er fertig ach wirklich ich hab hier reich noch gerade alle abgebaut ach so so schlafen hä ich kann nichts mehr bau ab hallo hast du mir die richtigen hast du mir die rechte genommen? na warum du hast die einstimmig war frauenrechte der kommt kann ich mag es endlich das ich kann auch schon mal nicht ach das ist der falsche Baum los auf die du hast die die Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Ansonsten, wie ist Crossout? Super. Nur leider bist du nüter. Willkommen. Nein. Geh mit 5 Sekunden, ich schließe das Game und keine Ahnung was. Kick den raus. Okay. 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 Go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und Eisen Untertitelung des ZDF, 2020 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 schwert machen und ich habe 17 eisen ich habe 20 wissen nicht mal nichts gefahren habe 22 23 24 krass muss gar nicht dass das erzählen kann okay aber so eine höhle unten drunter sind auch ohne mal okay bei 17 ja ich will wann kommst du da ungefähr eine erste truhe güterlobe kohle da unten ist wasser ich brauche mich da mal rüber ich habe einen goldapfel ich bin jetzt krass hast du einen chant hat einen goldapfel oder nur goldapfel und zwei millimeter nehmen die scheiße außer gelandet noch in der aus wir hatten schon einen charter näher noch nicht wir brauchen ja das zwei ob sie dann da wir brauchen aber vier scheiße oder wir versuchen drei neue gears zu finden machen dann die apg und monusgleich obsidium also entweder machen wir es mit lava oder wir gehen zurück zum lama nein nein ich finde da für entschuldigen table so brauchen dreine bisher das problem ich denke kriegen das sagt ja nichts wir fänden nichts wo wir sonst noch welche kriegen können dann müssen wir einfach mal dings mache ich aber mehr dios schon aber alles von dios aussagen wir spielen jetzt drohnen impact drohnen impact drohnen impact ja woher hätte ich noch mal spitzhacke glück alter ich war so glücklich glück macht glücklich das stimmt nach und dir immer nur die zweier quelle dreier quelle da haben wir schon nicht bezockt also ob sie dann kommen keine sorgen machen ich will davon mehr dios als eisen gefühlt irgendwie ist hier ziemlich wenig los jetzt kommt die kraft ja ich gehe noch aufs klo und dann komme ich ja ha cool doch eine melonkerne warum wusste ich dass du die unnötig genommen hast was habe ich genommen ich habe melonkerne das heißt trotzdem drei mal wird es verschwendet nein ich habe melonenkerne gesammelt ich habe auch melonenkerne ach so das war schon wieder mit ich denke ich habe ja war schon mal wir haben jetzt schon fast einen halben stack melone in der zeit wo du jetzt erst millionen nein ich habe schon drei stück abgebaut drei millionen und die rote bete sind beide wichtig dann nicht die rote bete ist eine rote bete bringt uns nichts doch ich glaube schon mit rote bete kannst du essen rote bete samend brauchen wir zum anpflanzen denn solche weise sind aus wie kürbis gerne und dicker weiß was noch dick ist mein dick he 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 mein dick bauch natürlich ein wenig weil ich ja schon was für welches monster das wenig entschieden blickte ja seit gestern ist die abstimmung für die drei neuen monster recht recht so eine bedeutung zu geben wie ich den rohlen aber rein spielweise also den sinn von dem rohlen verstehe ich jetzt nicht gar nicht ja ich würde das ein kostet das ist mir gehen dann würde ich wahrscheinlich diesen komischen arbeiter nehmen was macht er noch mal ja ich glaube wenn man den dreimal findet dann gibt er dir irgendwie irgendeine ausrüstung ist halt irgendwie cool zum speedrun ja aber natürlich glaube ich im besten ich würde erst ein nehmen indem man im normalen überleben machen solche welten der nützlich ist wieder l zum beispiel in solchen welten wird auch wirklich nach endkampf auch noch weiterspielen deswegen würde ich wahrscheinlich diese komische pflanzen kreatur nehmen das macht klar und so aber vielleicht bekommt man irgendwas was macht die ich wahrscheinlich eine hilfe oder so ein schüt das könnte auch sein reicht ein stack von gleisen ja überraschen ok dann fahre ich noch drei ich glaube hier ist was gordon nein wie heißt doch mal zwei hat variante formale stehen sind absolut unnötig ich würde es dir nicht empfehlen aber mach was du willst ich habe bestimmt 3000 werke damit gebaut und ich könnte einfach die strecke nach außen also nein ich meine wir machen machen dann power schienen raus selbst wenn es immer noch besser aber trotzdem allgemein für das schief und weil ich spiele jetzt aus dann ist das schief man 400 schienen einer geraden zu fahren war es nicht 1000 ich bin die deutsche bahn nachstellen die schienen im enden dann irgendwann mitten in der luft und außerdem das nächste wofür auch schienen brauchen würden das für automatischen villager fahren und so weiter brauchen in der trichterloch unten drunter jetzt komme ich kann wieder ich auch aber wie kein textur und weg hallo alles was ich habe weg genommen so heißt die technische beckte sich benutzen würde ist dieses klassische noch die alten texten sind was becks oder sonst ich bin mein kraft so ist es gut als alles so wie sie egal ob du hier willst oder nicht für welcher welt ist das jetzt ist es von ali oder nein nein natürlich ich stream ja auch einer scheiß youtuber sagt er richtig ist ein portal der wurde wahrscheinlich noch nicht gelootet doch aber du bist wahrscheinlich schon wenn er im wasser ist wenn er als die zwölf ist im wasser rausschaut ich bin zweimal durchgelaufen ich bin zweimal durchgelaufen ach so ok dann ist das fünfmal gut man merkt schon ich bin richtiger profi in minecraft ich glaube ich bin im kreis gelaufen weil ich bin schon wieder in den lavasee aber egal ich bring mich jetzt um das ist das richtige nein war das mal du respost mit den items oder natürlich ja ne weiß ich das kann man sein 6 tiers 3 milliarden redstone dabei ne ich bring mich um und hab kein bock auf die items ich kenn solche leute also kenne ich auch vielleicht zufällig ani nein sehr schlecht muss ich jetzt auch angefolgen weiß also ich bin selbst weiß dann blau ich bin auch weiß doch ich bin an der basis doch ich bin an der basis wie oft soll ich es noch schauen ja ich verstehe ich ja kaum ist echt weise bei mir mhm 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 ist der keks zu leise denn stell ihn aus halber das rennt sich nicht so ja lektor kann ne ne schlucht also was ach ne das ist eine neue Höhle so jetzt habe ich einen dann diese schöne Höhle gefunden super ja und ich darf mich wieder 30 Blöcke durch den Berg hochbauen mit Spaß die kriege ich eigentlich immer hin wenn ich mich hochbauen will und verlaufen habe ähm und schon an der normalen Höhe bin dann immer an dem Berg zu sein gute Frage ich darf ein bisschen was? gute Frage ach so ach so sechs malen ah cool ich bin wieder da da würde ich nicht sein Leute wow ja ich bin schon wieder hier wo hier wo hier ja hier und dort ja hier und dort ja ich jetzt bist du bei ihm und nicht bei mir ja das dachte ich mir auch noch danke dass du überhaupt über die halbe meth wieder spionieren kannst ich hab ne karte ich hab ne karte ich hab ne karte ne das ist nicht wahr So wie sie sehen, sehen sie nicht. Matt Karten baute seinen Doos auch. Sorry, Model. Wer Dias braucht, ist ein Noob. Genau. Wir spielen nur mit Holzsachen. Ich spiele nur mit Ketten oder so. Nein. Ich sag nie wieder. Holz ist ekelhaft. Wenn schon Stein. Achso, okay, sorry, Arne. Oh, scheiße. Geil, ich bin hier unten, hab keine Spitzhocke und kann mich auch leider wechseln, irgendwie nicht töten. Irgendwie klingt das an dieser dieser Show, diese Serie die alte Menschen schauen in Australien. Also die von Ich bin ein Star, holt mich heraus. Genau so klangst du für mich. Warum fliegt das Land in der Luft? Weil die allerlei Luft fliegt bei uns. Weil die Meckes Wähler benutzen. Also bitte erstmal keine Eisrüstung zu machen, weil Eisen sind mir relativ pleiter. Genau. Aber Dias Haken sind in Ordnung. Nein, auch nicht. Ich will ganz viele Hose haben. Deshalb sollten wir welche machen. So, jetzt muss ich mich wieder schon umbringen. Yay. Wieder umbringen. Ich habe auch noch Hose. Ja. Ich habe übrigens, damit kann ich mich so hängen. Ich heile mich schnell, als ich in dieser Lava verreckt, was das? Ich wollte schon gerade sagen. Ja, okay. Vielleicht liegt das, dass du dir die Welt auf einfache gestellt hast. Und es ist noch nicht. Hast du Monster ausgestellt? Ja. Kein Wunder. Ich spiele auch friedlich, wenn der Frau mehr kein Damage bekommt. Ah, cool. Ich habe den Monster Spawn gefunden. Glaub ich. Okay. Ich hoffe, ich würde. Ja, jetzt war ich mit meiner Hand nicht bis 20. Ich habe ein Einmal-Gesüge gemacht. Wie Kau. Ein Satz-Lime. Apropos, findet ihr dieser Slime-Block solche so Gelee-artig, die dich die ganze Zeit bewegen? Wir haben nicht voll cool. Ja, Mann. Gelee-artig bewegen. Spawn diesen Höhen-Ball-Spinnen-Arten? Also, was... Es gibt doch eine Zweifel, oder? Ja, es gibt auch die Dings, diese kleinen... Wie heißen die Kackfücher nochmal? Oh, ich dachte, die werden größer. Okay. Ich weiß nicht mehr. Hat ein krasseres Gift, oder so? Höhlen-Spinnen. 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 Na, grad nicht. Ist doch schon fertig. Mir egal. Nö, da ist Skelett, oh mein Gott. Mir egal. Du hast zwei Obst, die Scheiß-Tachung dann. Ich bin körperlich behindert, ich kann keine... Was? Mir egal. Ist alles egal, oder? Ist mir egal. Regal. Achso, nicht Regal. Nein. Meine Frau ist mir ganz krass ein Sniper-Hansel. Ich will keine One-One. Ah, dann gibt es in Minecraft keine Akula, mit der ich die wegbelasten kann. Warum gibt es hier keine Laser, ey? Was ist das denn? Kann man nicht. Ich will wirklich mit dem Outfit sitzen, vierfachen Outro zusammenstellen. Du darfst? Ja, dann kommt das Fahrzeug rumrennen. Sicherst du in eben. Du willst du zu einem Endwort werden? Also ich hab hier auch gefühlt, im Europäischen Raum gerade sehr beliebt. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich ja gerade alle bräunen. Ich mich auch. Dürfen das minderjährige eigentlich? Nein. Okay. Dann verstehe ich immer nicht, wie das die in der Klasse geschickt hat. Schneller. Nein! Meine Frau ist mir egal. Mir ist schon egal. Mir ist schon egal. Ali, was machst du gerade? Weltmeer. Mir ist auch noch hier. Mir egal. Was? Nur noch. Wenn ihr von der einen Seite einer Klippe zur anderen Seite springen wollt. Und dann einfach stoppt. Und dann da in der Luft irgendwas ist, woran ihr hängen bleibt. Und ihr dann weit springen könnt. Meine Frau ist mir egal. Auf der Mauer blüht ein kleines... Ah, die Leinen. Bumm, Bumm, Bumm. Ich bin mal auf Klo. So, drei Herzen in der Höhle. Überall sind Monster. Werde ich mal leben. Nein. Ich sage doch. Ich sage Bananen. Doch. Mann. Das ist immer hart, was sie machen. Macht 20 Kills im Schlaf. Halt, also. Hab ich wirklich mal. Frag mich nicht, wie. Ey, Abendola, wie mache ich den Scheiß Lava nochmal? Ich bin so blöd. Ich bin aber weg. Ja, perfekt. Ich hab den Lava-See vergessen. Du Ruhrensohn. Aua, ich bin da tot. Zieh deinen Pompon. Geh weg. Ich schwöre, ich stehe dich auf. Ich schwöre, Hansele. Ich schwöre auf Jesus. Ich bin gleich tot. Ist mir egal. Oh Gott, Junge. Das ist unser von Schössblieb. Ach, ich bin so aus dem Tod. Komm, schau. Das war nur ein einzigsten Lava-See. Mein Mini-Kleiner. Komm schon, Junge. Komm schon, Junge. Wir sehen doch nicht jeden. Gönn doch, bitte. Ah, natürlich kommt jetzt noch ein Enderman. Ich hab ein halbes Herz, so ein Battles. Fuck aus. Ich bin wieder da. Hallo, Ali. Ah, und ich lebe noch. Cool. Wir freuen uns alle für dich. Nicht. Äh. Hä? Ah, cool. Das Skilet hat mich eingebaut. Oh, ich hab's dann bekommen. So, als wollte ich noch einmal. Sie dann abbauen. Bau den Obsidian ab. Bau den Obsidian ab. Okay, mach recht. Nein, nicht du. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich glaube, sie braucht noch für ein Portal zwei. Was schluckst du? Drei, sechs, acht, zehn Stück braucht man für ein Portal, ne? Und dann noch zwei Stück für den Enchant, weil wir haben schon zwei Stück oben, also insgesamt zwei Stück. Fuck, 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 fuck. Dann frage ich mich noch, siehren. Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, 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 nein. Verreck, verreck, verreck. Nicht verrecken. Ich weine mich nicht. Ich mein den. Achso. Ich hab die erst gefunden. Cool, dann baue ich sie ab. Ich bin auf vier, fünfzehn. Ich auf minus fünfzehn. Ich auf acht. Das ist erst, was ich auf vier, fünfzehn, die erfinde. Wo ist meine Eisenspitzhacke? Egal. Nein. Doch. Ich will ja, spiel mich ver... Veräppeln. Im Ernst? Ich find das erst mal Dias gefühlt. Und ich hab jetzt, kann die nicht abbauen, weil die weg ist. Was ist weg? Meine Eisenspitzhacke. Du hast ja wohl genug Eisen dabei, oder nicht? Ein Stack. Ja, und... Komm, jetzt musst du auch wohl dabei haben. Was? Komm, jetzt musst du auch wohl dabei haben. Und notfalls baue ich welche in der Höhle ab. Und wenn kannst du auch noch Holz hast, hast du auch noch. Hab ich? Ja, also kannst du auch einen Ofen machen. Eisenspitzhacke holen, fertig. Stimmt. Mach ich grad. Und ich kann Webspull craften, den brauchen wir. Warum mach ich zwei Ofen? Damit es schneller funktioniert. Ich hab eigentlich im Kopf gehabt, der braucht acht. Hä? Ich halt einfach mal meinen Mund. Der braucht doch acht, hä? Ja. Ja. Kann sein. Genau, Trimax. Ah. Solange keine Kaktis waren und so, Baseball ist ja alles gut. Ich hab meine Base auspackt hingewaunt. Mach mal gleich besser. Ja. Der Boden war zwar angenehm. Oh, scheiße. Ja, genau. Genau das waren die Wände. Scheiße. Ja. Ist mir aus Scheiße bestanden. Nein, aber ich wurde ständig von Creepern durch die Lücken beobachtet, heißt, die konnten sich perfekt haben in der grünen Umgebung, Gesundheit und ich werde halt nicht gern gestalkt. Okay, okay, Dias, okay, ihr habt euch nicht von selbst abgebaut, das ist schon mal gut. Wenn dich alles, wenn ich so schnell zu dir gerannt habe, wie ihr sagt, ich gehe wieder. Denkt der Halberstück reicht das noch für Erste, fürs Erste, Obsidian. Okay, es sind schon mal zwei. Ja, scheiße, ich hab mir letztens aber noch verloren. Es sind immer noch zwei. Und es sind immer noch zwei. Ja, okay, ich hab nur zwei gefunden. Oder? Oder? Mann, ich hab zwei Dias gefunden. Krass. Topf, ja. Ich bin ein neuer Basti, GHG. Oh Gott. Ich schau grad, was sie im Hintergrund. Cool, was macht der? Welches Video? Er schaut immer noch dieses Dings an. Na, auf Twitch meine ich. Live. Er schaut sich noch dieses von Michael an, was grad live übertragen wird. Der kann auch mal machen. Oh, Scheiß, weiß nur was. Kann einfällt, du musst dich schnell unbedingt hoch. Wir haben da oben noch die Schildkröten. Scheiße. Ich hab mir nicht gewartet. Ich bring mich mal schnell um, damit ich so eine Schildkröten hochkomme. Bitte seid noch da. Lass sie noch da. Und die Schildkröten sind fast fertig. Perfekt. Schon leicht angebrochen. Was? Leicht angebraten? Leicht angebrochen, das Ei. Alles gleich schlucht. Okay. So, wir haben jetzt aber eine erste Sanktour und so weiter und so fort. Und da hast du schon gefunden. Was? Heißt du ja, hier schon? Was ist mich jetzt eh wohl, wie, ähm, durch die Lava, dann spawn ich ja mit den Items, ne? Ja, ich bin doch jetzt schon 20 mal ge-evo-t. Trotzdem Angst. Scheiß, ich tue schnell aufstellen. Oh. Das ist so schlecht. Ja, da geht so hart rum. Ich bekomme hier sehr schade, bis so hochstehen. Okay. Sobald du von der Base zum Strand läufst, also ins Wasser, da liegt mir sehr viel Eisen. Wie meinst du zum Wasser? Es gibt ja so die Gwasandwand, also, ich hätte ja in so einer komischen Grube. Und wenn du da rausgehst, hast du im Wasser ein bisschen Eisen, in den Stangen und so ein bisschen. Hä, ich check's nicht. Ich will ja ein Gruppe haben. Wie meinst du denn? Da, wo die Schildschürzen sind. An der Wand. Da gehst du drüber und hast dann da Wasser und das Meer. Mal sagen, da ist es schon sehr viel Scheißer, weil ich gestorben bin. Und das, weil ich hungere und die ganze Zeit Schaden bekomme durch Hochstecken. Also, vielen Dank. Was, wo muss ich jetzt, wenn ich bin, ist hinter der Wand vollen Schildkröten? Ja, du kletterst über die Wand bei den Schildkröten. Ja. Und dann hast du da eigentlich das Meer. Ja. Genau. Und da im Meer schwimmt mein Scheiß, das ist direkt daneben. Und wo ein Meer hier? Ja, am Strand halt. Du findest. Du findest. Du findest. Du findest aber nichts. Dann findest du halt nichts. Ist auch scheißegal. Mein Gott, es macht so viel Spaß, wirklich. Ich hab's versucht. Ich bin ertrunken. Und da, bei dir stand, du bist von ertrunken und gestorben. Der ist gestorben im... Achso, er... Ah, egal. Ja, aber warum... Warum sollte nur deine Sachen liegen? Weil ich zwei Herzen hatte und verhungert bin. Ja, aber Inventar behalten ist doch an. So cringe. Ja, dann... Da liegt er natürlich nicht, weißt du. Ja! Eigentlich schon gedacht, warum such ich denn? Frage, Satzuma, warum läufst du bei mir durch die Luft? Weil ich cool bin. Inventar, aber halt, Mann. Dann hast du doch einen Bots an. Wieso ist denn überhaupt das Spiel hier funktionieren mit den Trophäen? Ja, wenn du ein Sheetsaktiv hast, ausmachst du wieder. Das bleibt dann trotzdem... Nein. Hä? Doch. Was jetzt? Okay. Das verschwindet einfach. Du kannst nichts machen. Ich will, dass du durch die Lava läufst. Äh, genau. Das ist kein Lava, das ist ein... Ja, weißlager. Kackding da. Das spielt Bastian auch noch Geo, gestern. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. In die Roos. Ganzes Zeug. Zuckerrohr, Samen, Seegraus. Ja, alles kommt hören. Würfis, Weizen, Äpfel, Spackbraten, Schweinefleisch. Ich habe ein gebratenes Schweine-Kotelette. Ich habe einen Poster. Ich habe einen Poster. Bei... Fällst du... ... die Tordner... ... was ab? Fäll dir was... ...selstsames in der Kiste auf, hm? Ach fuck den Schals hier. Mann, was soll das halt so sagen? alles was drin ist gott ok egal sagt auch selten ist also seltsam ist gar nicht was wofür ist denn die kiste warum soll ich ronaldo sagen stimmt steine ich brate mein eisen auch wenn man eisen für gewinnig nicht dreht natürlich wird man das ja ratet man nicht essen nein eisen braten natürlich wird gerade die schienen braten ja so die schienen braten perfekt 22 eisen da und 21 da raus ausländer schwende von ihr schau doch mal zu junge lern und schau zu was soll ich lernen ach so klaut man eisen ach so ein schmelzofen kalt dann behalte ich jetzt dafür haut zum mund was behältst du dein eisen ok dann behalte ich dein leben das geht zu weit jetzt nicht das geht zu weit nö für dich nicht was machst du stimmt wir müssen noch diesen bücherkeller dingens bauen dieses buch dreht ein komisches ding sieht doch ganz normal aus oder ist gar nicht was was da liegt menschen kein gefühl hier für etik das war das richtige auch nicht wo kommt als der ich voll stark aus nein verschwindet gerade dann reisen dafür was denn sonst so kalt wofür war ich einfach haben für ein eisen der ambos stimmt ja aber wir haben genug keine sorge oder haben wir genug ich will meinen anteil von 99 99 prozent ich bin es ist 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 es es nein 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 bilder konnten was habe ich wenn wir das auch selbst kommen aber ich habe es nicht bekommen ich würde das das ist gekommen ich brauche noch was für alles denn am boston ich mach doch all den eisen als ob ich es aufgesammelt habe konzern an die matzion es wäre cool wenn das doch verdoppeln könnte ich habe gar nichts mehr was geil das stand sogar 25 das stand das für ein eisen geworden ist im inventar Schon wieder Der hackt Ich hab gleich das Konzert Zusammen Ich riss kein Eisen mehr Krieg ich überhaupt XP? Nein Nur ich Ich stell mich genau vor dem Boden Ja Das machen wir jetzt noch 35 Male Ich brauch nur noch 6 Mal Dann haben wir den Amboss Wir spielen bei uns jetzt beide Amboss Nehmen wir uns hinab sofort meinen Amboss Nein, meinen ist cooler Ich hab ja mich früher als du Deiner ist kaputt gegangen Als ich ihn von 300 Blöcken fallen gelassen habe Jauwa Nein, nur leicht beschädigt Achso Dann Drei Blöcke fallen gelassen Oh Mist, er ist kaputt Schwer beschädigt Geh heulen Ich hab seit 8 Eisen durchgekriegt bekommen Ich gönn dir halt Hast du dich gar nicht mehr? Hast du dich gar nicht mehr genug? Nein Ich brauch noch 5 Äh 6 Jetzt brauch ich nur noch 5 Nein, das wir haben ja genommen, Arschloch Hab ich nicht Doch, das ist bekommen Moment Hat sich nicht schon zu viel Nein, das ist gerade eben bekommen Krass Ich komm auf den Endermann Noch 2 Noch 2 Du HAND Wie viel Eisen hast du jetzt eigentlich? 21 und 1 Eisenblock Krass Noch einer So Fuck Ich baue das ab Ich baue das ab Es ist schon zu spät Ich bin gar nicht mehr zu kalt Geh Hm? Ich bin gar nicht mehr Ah Gott Äh Das ist easy, keine Sorge sohn komm her ich kann seine partikel sehen so dass man schöne heißen den kauf jetzt erstmal 2 geht kaputt wenn man abbaut jetzt auf junge ist fertig willst du sterben so dürfen jetzt nicht schlafen weil die eier sparen jetzt in der nacht ist man in der nacht fragt noch was sollten wir es dir nicht aufmachen vielleicht alleine auf das gemacht sich nur kaputt meine müssten die nicht in den ozean funktioniert das nicht so mit fischen sagen ich kann man gar nicht fragen bist du doch ich wollte gerade aus versehen fische sagen ich mein tabas schildkröten ist dasselbe hat frage hatte ich gerade ernsthaft den endermann allein gelassen nachdem ihn angeguckt hat und auf meine mauer misch genommen alter der darf die berliner mauer geklaut hast du das mauer gesagt ich hab mama verstanden ich stelle mir das ganz so vor auftrag der ähm der element nimm alle blöcke und gegenstelle die stelle müllis gegenstände auf mir sogar eine mama ich finde sie so witzig du das war lachst du weil es witzig war ach so ok da so nein lass sie ihn nein der typ ist fett du auch da jetzt haben wir eine ganze armee regale videos 1 da man fliegt nicht mal den körper der plötzlich mit drinnen war alles was ist und steinig und da kommt zum körper einbauer und können wir die kleinen bitte lasst ihr leben machen kein damit ja ich lasse leben im himmel das ist ja ja egal ich hab die extra gelockt dann habe ich extra gelockt ich habe dann mal geandockt ich hab dich freigeschaltet auch ich hab den creeper aus dem nichts geschmissen ich bin daher kann ich sagen hier ist ein neuer creeper ich glock dir mal zu unserem items kommen siehst du diesen ähm ambo ist der den mal für mich krepp krepp es krepp es mache doch alles kaputt mensch die krepper willst ein bisschen crack ok das ist nicht mehr zu sagen ich finde ich einfach ganz normal weg laufen kann ohne dass der sich er wird ich bin stark ein stark sollte helfen nein ich bin ich dann ist der ich bin eine junge milf und zu verfolgen krünge das neue jugendort die eier sind bald geplatzt sowie meine was ist ein stück reeds reicht das für eine vogel oder ist da oder bin ich dir wohl nicht genug nein überhaupt nicht gerade nicht wirklich gesagt was machst du dich gleich du hilfst mir gleich selbst umzubringen ja ich spreng dich weg springhansel mit dir während ich so in der truhe bin vielleicht so mich herum überall tnt ja apropos es ändert mich an was ich brauche eigentlich sprengen satz oh gott wie kraft hat man noch mal ein schild tja wer weiß zum glück hat habe ich doch meine kraft ich bin nicht mehr guck dich mir an als guckst du an ali ich werde da jetzt irgendwie schwarze wolle ich hätte jetzt schwarze wolle hingetan tschüss ob es mir auffällt hallo ich bin mit ich bin schon weg ok die hast du übrigens auch geladen wird geladen nein die ist nicht weg und das ist nur eine lokal nein es sind drei nein auch so die zwei jahre zugetan hast genau also sind es drei ich habe ein ganzes hürden Sound und es hat sich nicht gesund an egal ah ist das sind das die kinderschreie ja die kinderschreie von deiner mann was bis direkt neben der besten was ein geiler spot bastion das war es noch mal das geile ding da geil halt nicht nicht so geil seelen sonst ha ha geil ha oh mein gott wir haben die geilste bastion ever wirklich ja wir haben geil jetzt dass da eine bastion ist das längste habe ich zwei stunden lang gesagt ich habe aber erst jetzt wirklich was das ist gar keine bastion ich habe es noch gar nicht 20 mal gesagt oder so wie cool wir haben eine bastion was ist das schon ne wusstest du dass wir eine bastion haben hab ich gerade habe ich gerade herausgefunden ach so ja danke für die info habe ich nicht gedacht in facebook leLaLa ist ein leLaLa ist ein śr singe light das schießt mich aber in die lava j h 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 hij h pugh så ein bastard das ist nicht gerecht das ist virtues Duty cyber angeschossen ne angeschossen weiß nicht immer selbst an sich einfach selbst dann auch mich noch alter okay wir machen jetzt gleich einen plan oder du stimmst einfach und genau deshalb sollte ich das auch machen nein ich bin der profi da drin als maul nein das Thema warte mal kann ich die ansneaken und dann nein du kannst die nicht abhauen dieses mal wollte ich das nicht ausprobieren ja genau das würde Ali machen mit allen zu paaren ja das stimmt geil mit diesen piglins wenn ihr in unserer welt sind das ist doch unabhängig von der sonde ob die sich verwandeln es liegt einfach nur daran dass die generell und unserer welt sind aber mama ich werde die mut habe ich jetzt einfach alle auf sich gelockt und bist du schon wieder in der da war ich gehe in flammen auf ich wollte angegriffen weil du die angegriffen hast nein weil du keine gold rüstung trägst ich trage gold ach so ja allerdings im besten ist egal die jungen sich nicht du bist in den jahren wäre deswegen nicht nein daran lag es nicht ich habe die ganze zeit mit meinen jungs getötet es liegt wenn einer angreift sind ja auch alle spielern aggro ich bekomme ich irgendwas schaden ja stimmt ich rede hier ha 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 so witzig ja so ein clown gefrühstück nee ich war in meinem arm was zwei clowns der war so schlecht ich weiß damit stehe ich mit neuen namen schlechte wetze machen das stimmt das war gerade noch direkt unter mir alles wertvolle jetzt bin ich runter gegangen und ich finde es nicht mehr ach ja stimmt wir heißen noch mal diese pilze die roten genau heißt das pilze okay ich höre gas ich auch mit meinem arm was ich habe ich die ganze zeit runter weil es ging schon wieder auf du schon wieder hast du alles genutzt ja warum bin ich dann noch da ich muss den letzten goldblock holen denn kein mehr da ist doch direkt am sporn wenn man die ganze zeit stirbt sieht man ihn ach so ok zum thema was hast du denn gefunden und durfte man kisten generell nicht öffnen wahrscheinlich never ne doch never war richtig warum haben wir zwanzig auf silvigen weg ist weil ich ein bisschen gefarmt habe ich verstehe aber nicht warum so viele leute ob sie entfahren weil man damit durch ein natur werden kann wenn man portale baut ja aber du brauchst es danach doch eh nicht mehr natürlich ich verstehe nicht warum man warum es immer diese eine person gibt die ein speck davon farme weil die wichtig sind wofür wenn du in nether bist brauchst du irgendwann bedrock spitze obendrauf noch irgendein anders und dann kannst du milliarden von blöcken auf einer sekunde treffeln das ist wie ein teleport glitsch mit schon weiß dass man doch sagte tust als wäre ich ein anfänger obwohl du die ganze zeit am verrecken bist ne ich habe mich mit absicht gehen muss natürlich du hast dich nicht mehr selbst gehen muss natürlich ich ging was selbst in flammen auch du hast das schlagen nicht ich ich habe opfer gebracht aber immerhin konnte ich deine seele nutzen für kräuter anbauen wo ist von dem groben erschlagen gerade noch gewachsen wow machst du meinen schilden was bringt die netter warze an zu pflanzen wenn die in und dunkeln wachsen du kalt warte mal warum ist dann die eine gewachsen weil ich grün die ist schon vorher hoch gegangen Junge guck dir die spitzhacke an die axt an digger was das meine axt glück 3 halbbarkeit 3 schärfe 4 effizienz 4 digger wären wir jetzt noch auf der see dann könnten wir damit so viel mehr damage machen gib mal die axt wieder wofür brauchen wir die wenn ich zu leicht kaputt geht ice out so mit den seelenflitzer kannst du schnell auf seelen dings gehen wild naja neue booties ne booties war was anderes so ich bau uns jetzt ne gold digger farm was ne gold digger farm ich schnapp mir ein stack davon 2 2 was denn überhaupt also ich werde jetzt die dudes da fahren die werden dann immer wieder für mich und für dich ihr gold droppen und dann geben wir deren brüdern ihr das gold das ist doch ein fairer deal oder das ist ein fairer deal oder das ist ein fairer deal mhm ah ok und was die mir sonst noch anbieten die ähm lava tränk und so nem zeug find ich gut mhm ah cool da ist ein paar gaser jo ich bin hab einfach ne speed portion wer ist flash du ne gute frage ich seh schon ich mach das jetzt 10 sekunden und dann sind die schuhe weg ok ich versuch den mal mit seiner eigenen dingens ja und gedespawnt hm äh ja ok muss man auch seelensamt stimmt ich will noch ne beschwörungsplattform bauen aus seelensamt ah das riesenbaby ist wieder da mann ich will dem zu bringen sich selbst umzubringen ich bin beim sneaken einfach schneller als in der normalen welt ja auf mich anzusnipen ja wir spawnen so viele hier hier boah shit da gerade gerade alles von dem also wo soll ich die farm hin bauen gute frage mach aber da wo du denkst dass es gut ist keine ahnung keine ahnung wo es gut ist ich weiß nur ich bin gut aha also in der mitte unten kommen die meisten hin die meisten hin ich guck mich mal um frage hast du vor für das erste keine aggro zu machen die sind die sind automatische aggro nein ich habe kein gold ding kann ich eine laterne mit einer steinspitzhacke abbauen was laterne was ist der unterschied zwischen seelensamt und seenerde seelensamt ist höher wieder und seelenerde kannst du normal drauf laufen ist aber so da ok hast du die truhe hier auch gelootet die doppeltruhe ja nein nicht die bei mir du bist du denn warte 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 ich werde halt gar nicht nachgucken pass mal auf und zu sneaker ich sneaker gar nicht du bist einfach eine balance liegt und ich mache mal die meinst du die truhe in der mitte meinst du die truhe in der mitte mein die da die bei dir ist ich meine die hier was wir hast du dich auch ne ist das dein ernst ich wollte eigentlich mit die 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 lava hier weg ist das in ordnung die 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 das ist mein erster tod unbeaufsichtigt was kann ich denn wenn er einfach so eine orbi kommt genauso klingt das halt nach den nächsten skelette immer noch junge dass wir jahre sind es glätten das sogar bei uns ins kett gewesen ja und drei stück annehmen und leistens deck kam es down und hilft mir mal alles klar du box grad mitten in der luft rum das ist schon mal gewohnt worden das ist noch mal ein goldblock wenn ich mit mir erlaubt mich anzugreifen ja nach der rüstung kaputt genau das kletz schießt dich selbst ab machst du fein schön weitermachen da will jemand mitspielen war einfach mal das ist ein fortbeugnis er hat ein fortbeugnis das ist aber ernst ja sag schon mal fehl aus front ich hab nichts gegen fortbeugnis für fortbeugnis aber ich verschöne unsere treppe ich glaube es ist wirklich alles gibt es sogar die goldmütze weg und eines geht noch ganz normal weiter das ist auf dich geschossen nun kann man das ist nicht so dass wenn man etwas hat und deshalb die nicht vernünftig vor allem kann ja und sagen dass wenn ich aber zugang stehen bleiben wird trotzdem weggeobbt werde ja kann ich nur sagen es ist so ja wenn ich keine rüstung trage jetzt brauche ich meine treppen und wer hat nebenbei von skeletten geschossen und bei mir war es nicht dass ich dann auch immer noch spiel erwerber war da stand dann wieder dass sich ein gewinniger spieler ja aber du hast trotzdem noch dass du gerade ihre vordrungen bekommst vielleicht bist du auch spieler aber du bist auf jeden fall noch fünf autos wieder ziel ich habe den schatz gefunden von der dings so das war nochmal sechs gold blöcke extra perfekt zum glück ich habe durch zufall da reingebaut und sie haben den schatz drücker habe es doch nicht zerstört durch explosion oder was wird nicht zerstört durch explosion habe es dauern ich will hier eine schnelle anfahrt mit nächste weiß natürlich wird es explodieren was soll sich explodieren hat das nicht so extra resistent nein das ist obsidian und bad rock das bringt nur was hin das ging aus das ist alles aus doch das reduziert doch generell aus dem schaden als wand ja als wand als schade natürlich aber trotzdem fickt die luft wenn creeper beispielsweise auf holz und oder ein steinboden stehen würde steine würden es überleben holz nicht und das sind jetzt ein junge hier sind 3 milliarden ich gucke so nach oben zuerst beobachten ich nur so drei wie ich mich zu den bauern was hast du für eine farbe aufgestellt skelettfarbe oder was auch gut du brauchst doch dein knochenmehl mach mal ein bild das sieht geil aus ich bin so mit dem gast ich bin der endermil der mich so angeguckt seit dem ganzes video werden du bist immer du hast immer alles auf aufnahme auch wie gekackt ich brauch mehr blöcke du guck dir deine dings an deine treppe einfach alles voll mit feilen jung ich bewege mich nicht aber der gast ist trotzdem nicht wild er hofft ihr das baby zu schlagen entschuldigung lustig ja und dann nutzt es er ist tot und kann trotzdem pfeil abschließen ich schicke ich nicht und du nicht na dann mein Lava LMG ah natürlich sind ja nochmal 20 stück in der Börse es waren eigentlich nur die äh Creeper wollte ich schon sagen nur die Dingens oder ich hab jetzt schon einfach einen speck Pfeile Digga ganze und tatsvoll in den bürgen cool dann können wir uns zu machen sagen können wir eine truhe machen mit ausrüstung ja das habe ich vor wo dann rüstung waffen und sollte reinkommen da soll so dieses alle ich will dort einmal so alles was blut wird von dort kriegen diese skelette und also alles von mobs mob loot truhe nein diese speziellen mobs ne mach einfach eine mob truhe weil dann sind auch spinnen zomchen alles drum und dran ok eine allgemeine und halt eine speziell wenn wir beispielsweise mal länger dort grinden ich hab mir jetzt eine truhe gemacht ich mach ähm ha 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 halt führen wir haben schon so viel verdammt nochmal gold ne drei äh zweieinhalb stecks krank ich hab noch gar keinen ich hab noch gar keinen ah noch mehr wir haben hier noch gold klumpen drinnen Nummer 6 dazu ah noch ein bogen ich hab mich höher gebaut als ich musste mit der freppe lmao also 246 von mir und wir brauchen auch noch mal eine ärztruhe ich mache jetzt mal die ganzen truhen hier kriegen wir sollten dann auch weil quarz warm habe ich richtig aufgehört so dann machen wir hier oben drüber ausrüstung vorher da kommen alle sachen zu machen pfeile machen wir beim mob trub rein oder mob trub mob trub ok ja mops bekommen halt fränke kann ich auch bei ausrüstung rein weggeort aber ich lebe einmal tue ich auch mal bei ausrüstung ran hör auf alles weg zu haben scheiß auch nicht schwitzer ja genau da kommt noch so ein block dann hätte ich die brücke fertig und ich habe nicht versucht in labe zu schwimmen ich wurde weggesniped na dann so auf der anderen seite erst vertrat die spawn auch nur da damit wir sowas und dann auch das ist wir und dann haben wir dass wir haben die was dass die dinge noch so süß gegen das ist mob das ist ein mob das ist so ich dachte dass wir ihm abruhe das ist kein mob das ist kein mob das war ein system wir sollten ich auch mal langsam beschriften oder so schau hier oben ist alles klar frage soll ich hier diese gold war machen oder würdest du sagen dass die farben passt hier besser ich glaube dass die led farben wir ganz angebracht durch diese nächsten sterben sehen möchte noch keine schöner schon was dann chance haben wir viel leder oder wenn ich so viel leder gaben gar keine jahre ich kann sagen dafür haben zwei ich bin noch nicht mal zu sporn ich höre schon die nach verschießen wenn auf der falschen seite rausgekommen lücke was kann ich denn für ein eigenes blog machen nun steht man holzblock oder ja da steht immer noch die welt wird erstellt und trotzdem welchen abgefahren da mache ich dann aus ja wir brauchen erstmal jeder muss euch jeder herbekommen der in der fufer natürlich ja wo soll jetzt die scheiß kuh herbekommen wir sind schon was erwartest du weil es ist als halbasse vorlieben für ein kann es sein dass ich der einzige bin der im team 2 jetzt zwei millionen mal die nachricht du hast neue follower ich kriege ein anfall ich habe diesen packt dass die drei millionen mal kommt erst mal die ganze zeit abonnieren die abonnieren das funktioniert ja nicht aber es gibt den packen weil das aber zwei milliarden mal dinger kommt und schon wieder das nervige sei damals tun wird die ganze so eine schwarze fläche angezeigt weil das muss man ja zensieren im datenschutz und muss das zensieren ok nein es wird zentiert automatisch von playstation das ist schön dass die ganze zeit ein schweiß bildschirm verdeckt ob das blackberry Nein. Oh Gott. Ich weiß nicht, dass... Das ist mir bewusst. Nee. Nee, ja. Ach ja, mein Kuh gefunden, endlich. Cool. Ja, natürlich gibt's hier vier Fleisch, das scheiß sei Leder. Deshalb sollte man sie auch vermehren. Ja, und wo soll jetzt zwei auf einmal direkt herbekommen? Also, du müsstest ja eigentlich theoretisch sogar null haben, oder finden, oder vielleicht sogar eine. Aber ich denke mal, es ist leichter, eine zu finden, anstatt zwei zu finden. Und wie willst du dann eine alleine vermehren, aus sich selbst ficken, oder was? Dann musst du doch eine suchen. Ja, also. Logisch. Logisch. Warum haben wir immer nur 1.000 hier drin, was soll denn schon wieder? Lass doch mal den Spieler zu, der 3.000 Punkte weniger hat. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich mach das Geld fahren. Äh, ich hab schon wieder Hunger. Dann geh essen. Ich hab kein Essen. Dann ess dich selbst. Dann ess dich selbst. Oder geh, geh sterben. In real life? Ich unab, äh, geh oder sterben, ne? Tschüss. Nee, das tust, hast du nie wieder Probleme in Minecraft. In real life hab ich dann auch nie wieder Probleme. Ja, Kampfalter. Die lösen all deine Probleme. Ja, ich will doch nur einmal so einen Scheiß liefen. Einfach ja, ich hab dich nicht, bist du los? Doch. Das kann passieren, dass ab und zu, äh, wenn diese... Okay, wie auch immer ich mich jetzt gegenheilen konnte, dass ab und zu passiert es halt mal, wenn diese... Ga... Gaust... Ähm... Auf das... Vielleicht ist er ja sympathisch, der Achtjährige. Oder er klingt wie ne Dreijähriger. Deutsch, Türkisch, oh Gott. Türkisch, oh Gott. Das wird nicht gut enden. Egal, erst mal einladen. Jetzt muss ich erstmal noch zwischen drei Milliarden Freunde in trythen suchen. Da ist 60 spielen zu rügen. Ja, also, euh, wer hat Lust mit 8-Jährigen zu stream, in einem party? Nö... Aber, wenn er kommt... Glaubt er alle unsere Dias? Das könnte gut sein, du. Steck mal lieber. Auch ein wundervoller Wasserhahn. Äh, Wasserhahn, genau. Ein wunderbarer Wasserfall, den wir hier haben. Perfekt, mit einem halben Herz ins Portal geschaft. Ich glaube, ich hole dich mit den Toten noch ein. Komm und sein, du. Ja. Eine Schildkröte, du schaffst. Ich mache mich von allein wieder auf dem Heimweg, weil ich finde, irgendwie nicht mehr. Das können die Kinder machen. Digga, wo bin ich denn? Ich bin auf der anderen Seite der Welt. Hä? Geil, ich bin schon, während ich durchs Portal gegangen bin, gestorben. Sind das so viele Sklöte? Knapp 20 und ich habe keinen Bock, sie zu bekämpfen, deshalb ignoriere ich die, wodurch noch mehr sporen. Bist du blöd? Ist das eine schlechte Idee? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Da. Und während das Lädt spawnen noch, werde ich vollbeschossen. Und das Lädt lange, weil desto mehr spawnen. Wir können das Portal nicht mehr benutzen, denn schon in der Zeit, wo ich spawne, habe ich dann drei Herzen aktuell. Und weil ich einen angreifen. Das geht nicht mehr. Machst du gut, Ali. Das ist total kaputt gemacht. Ali. Ali. Hallo, hörst du mich noch? Ja, ich will. Was war Ali los? Kommt bei dir auch die Nachricht, dass er allerdings nicht, wenn er zeigt, weil er nicht reden kann. Ja, bei dem ist alles gut. Was? Adi noch? Was? Adi, ich muss aus dem Spiel geflogen. Nee, ich warte. Hattest du Internetprobleme? Nein, du. Oh. Ich wollte das, also, bei mir stand, dass du Internetprobleme hattest. Bei mir stand, dass du Internetprobleme hattest. Das ist dein Problem. Von wem? Wer ist der Internetprobleme hattest. Wer ist der? Er ist der, das kann ja nicht crashen. Das ist der Achtjährige. Ja. Hallo, Achtjähriger. Dann wir Fortnite-Klo. Ah, hallo. Ali, kommst du da rein? Kommst du da rein? Okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dein Inhalt wäre zusammengecrashed und hat Minecraft geschlossen. Weil ich wurde aus der Welt geworfen, nachdem du da stand, dass du ein Problem hast. Ich habe Probleme, ich glaube, du kackst. Dann ist die Tore noch geöffnet. Oh, wie ist es gut, wie die Scary-Alter. Die Tore ist immer noch geöffnet, weil du sie geöffnet hast. Falls du doch Probleme hast, wir haben ja gerade noch die Lösung all deine Probleme besprochen. Was haben wir? Die Lösung all deiner Probleme besprochen, hältst du doch noch welche? Ach, du bist doch die Lösung all meiner Probleme. Hallo, es sind Kinderanwesen. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Mit dem Redest du eigentlich an? Mit sich selbst, glaube ich. Ali, magst du gerne Selbstgespräche? Mhm. Man hört's. Ach, ich immer. Jede Nacht. Aha, aha. Ja. Hast du mir mehr? Hast du mir mehr? Dann rede ich über meine Probleme. Und therapiere mich. Interessant. Ja. Therapiere, also bist du ein Tier oder was? Was? Bist du ein Tier oder warum therapierst du? Er ist sehr schlecht und ich habe den noch nie gehört, aber ich liebe es. Ich liebe dich auch, keine Sorge. Not homo eben. Ja, natürlich kein homo, ja. Was erwartest du? Ich bin schon in der Schule, Ali. Naja. Hast du es gegen Schule? Nein, hast du was gegen sie? Warum sagst du es dann so? Weil ich cool bin. Achso, okay. Okay, äh, kann ein Typ lachen, genau. Kann Cybertruck reden? Ja. Cybertruck kannst du reden? Ja. Sicher? Ja, deswegen rede ich ja auch. Ich war mir nicht sicher, deswegen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich spiele auch super hot. Ja. Wenn wir sie nicht bewegt sind, sind die langsam. Ich mache das seit fünf Minuten. Ich laufe die ganze Zeit einen Schritt, dann laufe nie einen Schritt. Die ganze Zeit. Und ist schon ein Baby gewachsen, ne, ne? Ich denke, wie lange will ich das noch brauchen? Ja, mein Frosch. Ja, mein Froschkönig. Gab's so einen Film? Nee, das war die Froschkönig. Das ist langsam eine Gerede. Ich wollte gerade sagen, Ali will es nicht mehr umbringen, aber wir haben ja Friendly Fire aktiviert. Deaktiviert. Digga, was das ist? Das ist ein Skelettfrosch. Das ist aber weiß. Der ist ice out, der du. Du kuschelst gerade mit einem. Ja, ich will sterben. Okay, sorry. So, Ali wollen wir vielleicht schlafen. Also, so ein 3, 3, 3, 3, zack, futze, da. Wie lange habe ich da noch gebraucht, um mich zu sagen, Ali ist ein paar viele Mops oder? Du kommst da auf. Ja, lass dich mal töten und dann tun wir schlafen. Du weißt ja, was für ein Magnet, ich bin. Hallo, die Kleinen sind süß, wie soll ich leben? So, jetzt schlafen. Ach, du musst aufschlafen, stimmt ja, scheiße. Wusstet, stimmt. Ich fahre gerade mit dem Boot zu euch. Alles klar. Gut, dann können wir noch mal ein paar Jahre gegen Monsterzong kämpfen, die er hat ohne Karte. Ich meine, kennt er aus Minecraft gut, ne? Ich weiß, jeder kennt Minecraft, aber egal. Ich hoffe, du kennst dich mit Minecraft aus, sonst ersicht ich dich auch. Ich hoffe, er kennt mehr als Ali. Das ist nicht... Okay, das hoffe ich aber auch irgendwie. Oha! Ich guck's, als hätte... Ey, Ali ist aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir den schlechter vorgestellt, bin ich ehrlich. Ich weiß, ich kenne das meiste. Er wusste, er wusste, dass man im Moment abbehalten anhat, dass man nicht drei Jahre lang sucht nach dem Altennis. Ich wusste ja auch, dass du es alles weißt. Achso, du wolltest dich nur rumlocken, oder wie? Er hat die ganze Zeit darüber geredet. Leute, ihr seid... Bist du dir wirklich ein superhot, Alter? Was mit dem Enderman? Warum ist der... Warum ist der... Der ist gerade... Wollte sich selbst eh wohnen. Er hat so glücklich meine Berliner Mauer abgebaut. Oh mein Gott, wir haben uns selbst müsste blocken im ganzen Game. Wir haben einen Grasblock. Ich dachte, das wäre die Mauer von... Seine Mom. Trump wollte ich sein. Wir kommen, wir gehen zurück in den Never. Ab Ende Never. Tonsterbe. Ah, warte, ich muss jetzt mein Schwert reparieren. Ich hab gar kein Schwert. Stark, Ali. Mutterfroß Schaufel. Ja, warum ist jetzt ein scheiß Lama? Ja, ich bin nicht stark. Nein, mein Scherz ist kaputt. Der ist ein Creeper. Wow, der hat mir einfach alle mit der Hand drauf. Nein, nicht der Creeper. Ah, nein. Stammst du nicht zu mir? Der darf nicht explodieren, auf keinen Fall. Ich hab keinen Bock wie den ganzen Boden reparieren. Das soll brennen. Stirb du Kackvieh. Oh, nein. Ja, ne, ne. Jetzt auf die Alpaca. Was passiert, mega? Erst das gibt es nicht. So, auf den Alpaca. Dann ist noch einer. Attacke. So. So, jetzt schnell schlafen, Jungs. In den schönen pinken Betten. Ah, das ist Müll hier. Genau deswegen hab ich vier Betten gemacht, falls ja ich glaube, auch noch kommen würde. Hallo, will mal Tag werden? Ah, natürlich ist beuntlich im Kompost da drin, weil ich einfach so für Müll bin. Dem hat mich eindeutig als Müll bezeichnet. Ich finde mich jetzt sehr stark bleidig. Du sponst halt jedes Mal im Kompost da. Na, na, voll stark. Ich find's total, dass ich kein Zugriff auf die Truhen hab. Ich hab's die Frauenrecht hingegen. Hat's gar keiner. Seiten- und Frauenrechte. Warum baust du hier Erde an? Bist du lost? Hab ich nicht. Wenn ich jetzt doch Erde eingebaut. Hier Seelenerde. Die zwei Seelenerde. Ja, ich bin Pilze. Fragen mich nicht, ob ich funktionieren soll. Ich lass mich aber kurz selbst eh wohnen, weil ich dann cool bin. Hier ist schon wieder so ein Scheiß-Wand dahin, Alter. Wir spawnen auch täglich. Schon vergessen? Ey, das Lama fickt mich. Guckst du dir an. Ich dich auch. Was? Keiner will dich, du Emil. Wer? Ja, dieses komische Typ, der was tradet. So, Jungs. Kurz einmal selbst eh wohnen und dann ab in den Netter. Ja, aber die Zeile runter springen. Schumus. Oh, perfekt daneben. Schumus ist dieses Lach eigentlich. Da muss ich erst die Mine, da kannst du Farmen gehen. Aber hier unten ist auch Lava, damit ich mich selbst übungen kann. Ah, cool. Also, willst du eine Rüstung ausziehen, dann wirst du zum einen... So, ich brauche wieder mal... Jetzt, der von andererseits, der nachrüstung ist schaden, nur so als Nebenfacts. Ich habe keine Rüstung mehr, äh, kein Dings Rüstung schon, aber äh, Dings nicht mehr Schwert. Chance. Oh, das habe ich schon die ganze Zeit nicht. Machen wir es mal ein schönes Eisenschwert. Zitat von vorhin, aber bitte nicht aus Eisen, das ist das seltenste oder wertvollste, was wir haben. Ja, vorhin war es auch das wertvollste. Wo ist mein 3 Stacks, Larpis, wir haben nur noch 58, what the fuck. Ich wusste nicht, weil es das wir Larpis haben. Perfekt. Mein Gott, Profis. Am Start. Am Ende hat einfach der Neue alles in seinen Meta mitgenommen. Du kommst dann nie wieder mit. Der Mathe is wieder. Cool, hier ist wie ein Opcelot. Juli ist ein Arnie. Übrigens, dieser Typ da, dieser Satzuna, der, der isst Katzenfleisch. Ja, ich esse Katzen. Kein Fleisch, aber Katzen. Echte Katzen esse ich. Und der tötet Pandas. Ja, das tue ich auch. Leidenschaftlich. Der trägt immerhin eine Maske. Schön Vorbildsicht. Wohne nach ich ihn. Ich habe keine XP mehr. Geil. Ich habe 13 Level. Was soll ich machen? Egal. Erstmal kommen wir holen die Skelette. Da kriege ich genug XP. Warte mal. Kann ich hier irgendwo in irgendeine Wand was reinbauen? Kann ich ein... Für die See in der Erde... Wo kann ich jeden tun? Ich werde angeschossen und bin ich mal gespawnt. Perfekt. Ja, ihr weiß. Hi, Joe, ey. Hallo, Tautas, 1, 2, 3. Ah, ich bin fast so perfekt. Und das hast du jetzt jedes Mal aufs Neue. Viel Spaß. Junge! Wie viele sind das? Gute Arbeit geleistet. Alter, mehr als genug XP für alle. Ich habe einen Schuss, ich bin dreimal ins Lava geflogen. Nein, ich bin dreimal ins Lava geflogen. Ah, ich bin dreimal ins Lava geflogen. So, ich bin erneutig. Ich bin dreimal ins Lava geflogen. Ich bin dreimal ins Lava geflogen. Was ist das? aber natürlich noch vier gas in meiner fresse immer noch mehr spielen ohne gas cool es waren aber jetzt wissen zeit die neue so ist nur noch vier stück 5 6 7 8 9 10 11 ok noch ein bisschen wie gesagt kommt das noch ein scheiß gas oben perfekt genau da wo der gas mich abschließt ich junge alter gesundheit das noch gar nicht die augen folge schrien oder so ein bisschen nicht die gold rüstung benutzen nein ich meine neuen daumen weil die gold rüstung nicht fehlt was mit gold diggers perfekt und ich bin ja schon wieder lava ja ich habe noch ein gas schließen aber ich habe noch drei skelette schießen und bin ich mal gesponnt bild guter ich bin gesponnt mit zwei herzen gar stark und das portal ist kaputt ist es nicht doch auf und also wenn wir zeigen jetzt wollen woanders das ist aber es kann sein dass wir direkt neben transport als müssen wir probieren müssten dort so ich denke mal zwei blöcke weiter hinten zu bauen und werde ich es mit zwei eineinhalb herzens lebendig dorthin schaffen nein wir sind da ich auch wieder groß in skilöte die kommt schon raus ja scheinbar mit skilöten zu hause warum bin ich hier zurück warum ist mein rüstung kaputt die kann man die ganze rüstung mit gebot genau deshalb bin ich nackt und aus anderen gründen wenn ich mit rand der regeneration reingehe bringt es was verschwenden aber nicht unsere tränke obwohl ich glaube wir sollten es mal gemeinsam machen ich sie da auch und da weiß dass sie auch machen können ich glaube wir tun jetzt einfach das total abbauen und waren das entstanden oder weil dann kriegen wir gleich neuen spot ein block weiter wenn wir ein block weiterhin normale welt machen es uns ungefähr 100 blöcke weiter hinweg das war dann gibt man es ob sie doch das aufgesammelt das hast du noch einmal aufgesammelt dass du zwei stücke einfach nur krebs augenkrebs zu kommen aber es passiert nichts hallo geben wir doch die zwei ob sie ja mal wieder die drei und drei obsidian ich kann mein inventar und so nicht schließen und außerdem ist die ganzen netter und sich die ganze zeit bei mir fliegende fische jungen ich hatte eine halbe welt kraft 2 und was brauchen goldrüstung mich ja da schön die goldrüstung bitte nicht an weil die brauchen wir später ein bisschen komisch ich laufe mal in den tod leben leben nach perfekt ich habe keine expo geben ich habe mal eine frage kann ich den bogen nehmen weil wir was ja wenig doch den satz zu ende führen aber die kannst du jetzt mal das ob sie ergeben ich bin gerade damit beschäftigt dass ich nicht sehe und mein inventar ich kann ich bin dreieck aber ich kann nichts du läufst die ganze zeit bei uns trotz aber ich habe keinen boden und ich kann meine dinge nicht öffnen ich helfe dir mal ganz kurz ich habe angst wie du mir helfen willst ja keine ahnung keine keine sorge ich lief gleich nein warte kein problem ich chill einfach im popa du bist ja da ist gar kein portal mehr ich habe auch einfach nur augenkrebs dadurch so jetzt so jetzt ist mein bildschirm schwarz ja weil ich dich gekickt habe jetzt musst du noch einmal kommen nochmal reinkommen perfekt ja ich hatte auch mal die welt neue also du bist auch mal ganz kurz rausgekickt ja so mein ganzer bildschirm ist immer noch schwarz müsste da noch was passieren oder ich glaube das ist mal microsoft neustart was ist wenn die sachen dann weg sind sind sie nicht weil ich habe sie ja gespeichert gerade übrigens du hast das ganze schweinefleisch her hast aber bisher nur eine einzelne kuh gefunden ja weil die bürken jungen es wollen entweder nur schweine oder schafe und ich bin jetzt durch ein bürken jungen geeiert ich habe nicht einmal ein schwein gesehen schon tausend mal haben wir jetzt nicht mehr ich glaube aber ich kann nicht mehr trainiert gekriegt wurde ich habe mich nicht ein haben ich kann mal bei dann halt du bist auf lange stadt nach rücken wieder rein Ah, da hatte ich dich nur einen. Ach, Ali, da bist du jetzt endlich. Kannst du jetzt bitte meine drei Optionen wiedergeben? Ich bin doch nicht da. Doch, Freunde, bist du schon da. Mhm. Hilfe, das erste, was ich sehe, ist ein dunklerer Raum, wo so ein hektigeres Stalt ist. Danke. Drei auf, zieh an, hopp, hopp. By the way, ich kann immer noch durch den ganzen Boden sehen. Das ist übrigens sehr hübsch. Das liegt zwischen deinem Internet. Oh Gott, du lächst die ganze Zeit zurück. Ich bin nicht eingebaut, oder warum kann ich nicht mehr laufen? Bei mir wirst du die ganze Zeit zurückgeleckt. Hallo? Geil. Ich bin gerade im Himmel, auf Wolke 7. Nein, du bist in unserer Base. Wo bin ich? In unserer Base. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, du schon doch. Nur im Kreis drehen kann ich nicht. Nein, du wirst die ganze Zeit zurückgeleckt bei mir. Weißt du, dass auch geil wäre, wenn ich jetzt irgendwie, ähm... Ich kann dir ja gerade überall durchschauen, wenn ich so die Dias sehen könnte. Welke geil, ja. Das wäre RTX, oder? Ich müsste ja X-Ray. X-Ray, ah, okay. Da ist eine Höhle. Mal, ich hör mal an, das bringt das ja was. Da sind leuchten Oktopusse, übrigens Leder, der... Ich verstehe nicht, wer leuchten Oktopusse haben wollte. So, kannst du jetzt kriegen? Das geht lang. Nein. Scheiß-Kadeen-Güfer. Jetzt sag? Nein. Du musst dein... Neustart und am... Internet. Nein, ich kann jetzt einfach wieder nie... Doch, doch, du musst einfach gehen auf dein Netzwerk, du kannst einfach Internetverbindung testen und dann kommen wir ran. Oder trennen? Ne, nur testen. Okay. Wenn es testet, wird es einmal getrennt und dann wieder neu geladen, also. Das ist das Gleiche. Hm, ich habe einen Knoto kurz mir den Kopf rüber. Ja, nicht um mich zuerst essen. Ich komme gerade nicht mehr rein. Warum nicht? Ja, ich auch nicht. Das dauert gerade die ganze Zeit. Oder warte mal, wir machen einfach... Ne, wenn ich jetzt im Internet-Dings neu starten mache, dann wäre das Team abgekackt, wäre ja auch dumm. Ich würde sagen, einfach Spiel neu starten. Dann ist auch das Team aufgekackt. Ich würde sagen, wir versuchen es beide noch einmal und dann muss den ins Team wenden. Ja, dann mache ich einfach live. Let's Play 2. Warum hier funktioniert ja alles, wenn ich auch freue, die ganz weiter lädt, alles in Sekunden. Nee, ich schwörst sogar. Was ich mich ein bisschen tögere, ich wollte die ganze Zeit das Nether-Portal aufbauen, aber du hast immer noch die Sachen. Also bei mir ist das Nether-Portal immer noch vollständig. Achso, perfekt. Ich habe das Ganze im Momentar und du hast die restlichen Teile, Alter. Ich lasse mich kurz e-wohnen und hol mir kurz was zu verdammeln. Bis gleich. Perfekt, ich kann wieder nichts hören. Ah, Freunde. Keineppe, ich bin nur, möge so weit. Oh ja, ich bin echt drin. Und was heißt eigentlich? Endlich, aber gut. Aber gut. Ja, ich bin seized. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir haben alle nach unten. Bis zum nächsten Mal. schon mal da oben wegkommen nein ich habe kein essen sekunde friedlichen modus kommen nein dann ist alles weg wir brauchen ja das ist das problem noch 32 und wir brauchen auch die pfeile brauchen ja dann brauchen wir auch so habe alle noch die zweiter natürlich war ich genau durch die seien noch das da ist eine macht auge ich mich nach hallo auf uns machen auge auf ihn die tot er kann durch mein schild durch schießen du schlägst und dann für ein schild entlocken ja aber doch sagen wir so das back drum und irgendwie ist meine brücklicher kaputt gegangen vielleicht auch drei millionen gas drauf geschossen nein es ist explosionssicher es geht nicht kaputt es ist ein block weggegangen oder so also trotzdem es trotzdem ist sicher ist kaputt gemacht marokkanischen standard explosionssicher es hält eine explosion aus ich habe jetzt eigentlich schüttelst du hast du genommen habe ich mir gekraftet unsere letzten 21 eisen ich habe ich habe also ich habe eisen gefarmt einfach keine ahnung so ach du scheiße die ersten drei netter portale was letztendlich habe ich unten alles abgebaut ich habe die gerade alle umgebracht jetzt die sind jetzt in zehn sekunden alle nachgespawnt und wieder einer weg ich habe noch zwei herzen ja gut nimmst den damage auf dich halbes herz einfach ans liegen wir müssen einfach nur laufen und das ich glaube ich sollte eine base um unser portal herum machen das ist nicht kaputt geht genau das hatte ich vor stimmt das hatte ich vor ich sag das mal du überlebst das schon alleine ja ich würde mich ab dann erst mal kaputt gemacht das war die grad auch müssen jetzt in der base auch so machen und machen wir den ganzen seelen macht dann die oberen geschichten ich habe richtig guten rückstoß oder gast kannst mal wieder ins alles weg und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt auch ein wort aber auch was das kaputt also wie soll mit rauskommend pfeife das ist geplant woher wollte ich wissen dass er geht auf mich hört es kommt dann ist das gleiche er sollte ich habe ironisch gesagt kein bock hat den sehen dann abzubauen ja ich hab den endemann angeguckt so das ist ja von euch sterben und wir sind durchlaufen ja stimme an die lava dann geht euch das portal was ich jetzt machen das war genau warte noch nicht durchgehen für damit das portal wieder hier spawns weil ich habe kein vollzeug dabei egal und das ob sie dann können wir gleich mit als farben benutzen na toll ich so kann muss gehen umbringen aber ich in einem tier jetzt ich hasse fernkämpfer diesem spiel wenn ich nur dann laufen sollen müssen schauen wo das von hilf zu schreiben sehen sein abzubauen obwohl brauchen wir nicht ich habe die feuerzeug brauchen wir nicht alles gut habe ich aber ganz so super kannst du kannst du ein feuer machen im ernst der typ ist auf meinen erst auf meinen bruchstein gespawnt zeit lang geht das junge ist schon wieder drei millionen weil ich hätte durch jungs gemacht und hinter uns sind ein zweck geguckt hast wieder welche gespawnt ja jetzt müssen glaube ich das von vorne habe ich keinen schuss gesehen wohl von dem skelett erschossen aber ich habe keine pfeile gesehen das bleibt einfach gespawnt da kann ich der rück wie oft sollst du noch ich habe gesagt dass ich total gehen aber wir sind total ist egal bestimmt so dass du auf das so nur das beteiligt die perfec die bau sind wir noch von vorhanden auf seiner 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 weg 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 ich bringe die alle um jetzt kaputt ich brauche das xp da mal hin sonst ist wieder einer ich klicke mal runter und wieder eine gasten scheiß skelett weg zu machen und noch eine karte ist bisher die baste auch so ein platzieren ein großer design zu drei blöcke von portal entfernt auch so um einfach zu seiner tür das so nix pf aber wie können wir die machen am besten ich bin ja kein mega mic 50 experte er ist mein kind ich baue die eine seite des portals zu ok damit wir dann gehen ab sofort immer durch die richtige 1 2 3 und 1 2 3 und 1 2 3 so dann noch halb protection da nicht nur ein high ground haben kann ich habe keinen falle mehr da haben sie eben schlecht was man ja so er hat ja gesagt dann ist nicht schön ich kann nicht abschließen ich habe keine falle dann muss eben laufen ja klar ich laufe zu ihnen hoch ich mache das so ist ein ganz wichtig ich habe zurückgebracht digga was ich habe ich euch den überleben hast du wende bonding gegeben die gar mir keine pfeile mehr zu hause nein du hast alle aufgebraucht so eine katastrophe hä ist ein paar zahlen ne ich mach mal ganz kurz den stream aus und einen neuen also